Herzlich Willkommen bei Knocke Mucke mit Jung und Till. Hi Till. Hallo Julian. Hey. Willkommen, Episode 4 von Knocke Mucke. Schön, dich zu hören. Ja, ebenso. Vor allen Dingen schön, nachdem wir schon diesmal unsere technischen Schwierigkeiten gleich zu Anfang hatten. Ja. Und die dann, Gott sei Dank. Die ziehen sich jetzt durch. Also, liebe Leute da draußen im Podcastland, ihr glaubt nicht, was letztes, also letztes Mal ist wirklich alles schiefgegangen, was noch schiefgehen konnte. Das hatte damit angefangen, dass wir bei Skype die Gitarre plötzlich nicht mehr gehört haben. Das hat sich zu diesem Mal noch fortgesetzt. Das ist also nicht besser geworden. Deswegen mussten wir jetzt auf ein anderes Programm ausweichen. Das ist wirklich überaus seltsam. Zur Kommunikation. Ja, sehr seltsam. Ähm, dann ging's weiter mit, äh, mit einem Herrn. Und, äh, ihr habt das größtenteils, größtenteils nicht mitbekommen, aber mit einem Herrn, der zwischenzeitlich gerne mal in eine Gurke gebissen hat. Oh ja. Er mochte seine Gurke. Er mochte seine Gurken sehr, sehr gerne. Äh, einmal hab ich euch daran teilhaben lassen, aber, äh, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das ist eine sehr, sehr stark geschnittene Show. Ähm, ihr bekommt vieles von dem, was bei uns schief und richtig läuft nicht mit. Aber ich denke, dass ich... Das heißt, ihr wisst auch nicht, dass wir uns zwölf Stunden am Stück den Hintern aufgerissen haben für die letzte Folge. Okay, es waren nur vier, aber immerhin. Jedenfalls, äh, es ist viel schief gegangen. Äh, Jung hat sein Glas umgeschmissen oder seine Flasche, ich weiß gar nicht mehr. Das war das Glas. Es war das Glas. Er hat sein Glas umgeschmissen mit dem Cider drin. Ich hab zwischendurch, ja, das habt ihr auf jeden Fall mitbekommen, ich hab meine Spur ausgemacht zwischendurch. Toll. Wie auch immer ich das geschafft hab. Mit Bravour. Mit Bravour auf jeden Fall. Ah, dann ist mir beim Schnitt noch einiges schief gegangen. Also, das war, das, äh, am Ende war alles verschoben und ich musste nochmal alles neu reinladen, weil ich einfach nicht mehr gewusst hab, wer antwortet hier eigentlich grad auf wen. Ja, es war eine wahre Freude. Äh, ich hab seitdem eine Halbglatze, aber ich seh besser aus denn je. Ich hab seitdem immer noch eine Glatze. Ja. Oh, genau. Dann, äh, wollen wir doch erstmal damit einsteigen, dass wir sagen, es tut uns leid. Also, mir im Speziellen tut's leid. Julian tut's nur ein bisschen leid, weil er mich nicht so hart korrigiert hat, wie er hätte müssen oder wollen. Wir haben Leserpost bekommen. Ernsthafte Leserpost. Und nicht nur ernsthafte, sondern auch einigermaßen erregte Leserpost. Der liebe Jensi hat uns geschrieben und meinte, dass ihm gerade die Vorderzähne rausplöppen, weil ich so einen gequirlten Schwachsinn erzähle, äh, was Hardrock angeht. Natürlich hat G&R nicht den Hardrock erfunden. Sie waren eher, äh, Phase 4 von Hardrock, wenn ich das jetzt richtig erfasst habe. So ungefähr, ja. Ähm, äh, äh, und damit, äh, mehr das Ende des Hardrocks und damit aber auch einen Höhepunkt desselben. Da hatte ich aus einem anderen Podcast, der relativ narrativ ist, aber normalerweise eigentlich keinen Blödsinn erzählt, hatte ich was falsch aufgeschnappt oder beziehungsweise falsch aufgefasst. Und zwar hat der davon geredet, dass die anderen LA-Bands, äh, sich Glam, äh, Metal und, äh, Glamrock, das war dann eher, äh, in Großbritannien genannt haben. Und dass die sich halt G&R, also Guns N' Roses, davon separatieren wollten, davon abheben wollten, indem sie halt was, was machen, was an den Strip, an, äh, in den, äh, Sunset Strip bringen, an, nach LA bringen, was bringen, was es dort eigentlich zu der Zeit noch nicht in der Form gab. Und das war halt dann Hardrocks, beziehungsweise nicht mehr gab oder was weiß ich auch immer. Jedenfalls Hardrocks, ja, also in der Schule würde ich sagen und, äh, auch hier, das, das gibt eine gute Note, das hast du fein gelernt. Und es ist aber auch auf der anderen Seite toll und gibt uns ja Gelegenheit auch darüber zu sprechen, dass es eben Leute gibt, die tatsächlich uns anschreiben und uns sagen, hier stimmt was nicht. Ja. Also bitte tut das, wir wollen ja auch was lernen, wir wollen ja nicht doof sterben. Genau. Wir haben, äh, Jens auch gleich gebeten, bitte schreibt das als Kommentar unter die Folge, das hat er auch getan, da könnt ihr das alles nachlesen. Also nicht das alles, aber ihr könnt da, äh, seine Kritik nachlesen, die durchaus berechtigt ist. Und ja, vielen Dank dafür. Ja. Das war mir ein Bedürfnis, das nochmal richtig zu stellen. Wäre es mir auch gewesen, hast du gut gemacht. Äh, da bin ich mit uns sehr zufrieden an dieser Stelle. Ja, da wir noch ein recht junger Podcast sind, später werden wir das nicht mehr so häufig erwähnen, aber bitte, bitte, bitte schreibt uns, gebt uns Feedback, was können wir besser machen, was können wir anders machen, als wir es bisher machen. Ähm, wie würde es euch noch besser gefallen, was wir hier quatschen? Des Weiteren, wir sind auf eure Bewertungen angewiesen, um uns sichtbar zu machen, damit Leute uns finden können. Wir brauchen ganz, ganz viele Sterne auf, äh, beispielsweise Apple Podcast. Äh, ich sehe in unseren Statistiken, dass ungefähr 40 Prozent der Leute uns auf Apple Geräten abrufen. Bitte, bitte, liebe Apple Gerät, äh, Benutzer, geht in die Apple Podcast App, sucht unseren Podcast und gebt uns eine, äh, Bewertung in Sternen und gerne auch, äh, ein bisschen geschriebenes Feedback. Dieser Podcast ist nicht zu empfehlen, weil er ist dumm, zum Beispiel. Das wäre so eine, äh, das wäre so ein Kommentar. Naja, und, ähm, abgesehen davon natürlich gerne immer noch weiterempfehlen, irgendwo mal teilen und, äh, anderen Leuten zureden, dass sie sich, ähm, auch beschweren können über uns. Ja, einfach mal, einfach mal reinhören, mal klicken. Genau, also, äh, wenn ihr jemanden nicht leiden könnt, empfehlt diesen Podcast. Danach habt ihr wenigstens was, worüber ihr reden könnt. Ihr kennt ja diese, diese Smalltalk-Situation, ne, da kommst du irgendwo hin und dann sitzt du da mit jemandem und, weiß weiß nicht, weil ihr zusammen noch in der U-Bahn hinfahren müsst, weil ihr zusammen auf Arbeit geht. Und ihr kennt euch eigentlich gar nicht wirklich und habt immer keine Themen zusammen. Wenn ihr beide diesen Podcast hört, dann habt ihr immer ein Thema. Zumindest, äh, wenn die nächste Folge rausgekommen ist. Und das ist ja jetzt. Genau. Herrlich. So, und es ist mir ein großes Vergnügen, diesen Podcast heute anzutreten. Ja. Weil wir nämlich was wirklich, wirklich Schönes behandeln. Sollen wir eigentlich schon von dem reden, was eigentlich das Kernthema des Podcasts ist? Oder sollen wir vielleicht erst noch die, die randständigen Themen und, äh, Traditionen begehen? Nein, das kannst du dir aber selber denken, oder? Natürlich begehen wir jetzt erstmal die randständigen Themen und so weiter und so fort. Ganz, ganz klar. Wir haben ja schließlich beide Durst. Das stimmt. Nicht wahr? Stimmt, das habe ich schon lange und das fällt mir jetzt auch erst wieder auf. Richtig. Dann bin ich auch so frech. Ich habe auch schon eine ganz belegte Stimme. Also, ich bin nicht auch so frech und fange gleich an mit, mit meinem Getränk des Podcasts. Ja, du hast mir das schöne Glas ja vorhin, äh, in unserem Vorgespräch schon mal gezeigt. Genau, äh, beschreib mal. Dieses wunderschöne Glas habe ich wieder von meinen lieben Freunden bei The Knorkel geschenkt bekommen. Zum Geburtstag letztes Jahr, wenn mich nicht vorletztes oder letztes Jahr. Jetzt bin ich mir gerade ein bisschen durcheinander. Ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht. Sogar vorvorletztes, glaube ich jetzt. Dann ist es so lange schon her. Egal. Egal. Jedenfalls bekam ich dieses schöne Glas mit einer wunderhübschen Flasche Absinth dazu, der auch ganz köstlich gemundet hat. Ah, das Glas. So. Und dieses Glas ist ein Glas aus Glas. Ja. Und in diesem Glas aus Glas ist ein gläserner Schädel, ein Totenschädel. Und der strahlt so fröhlich, wie es uns der Postillon beibringt, weil ja Tote immer grinsen, weil Totsein einfach so lustig ist. Und in diesem Totenkopf, in dem Glas aus Glas, in dem gläsernen Totenkopf, in dem Glas aus Glas, da ist jetzt mein Getränk des Podcasts drin. Und zwar, oh, jetzt muss ich mich kurz sammeln. Es ist ein kühles, helles, naturtrübes, frisch eingeschenktes Bananenfruchtsaftgetränk. Was? Ich habe das vom Spiegel geübt. Es ist sogar naturtrübser. Naja, es ist halt Bananenfaser drin, nehme ich mal stark an. Das hoffe ich für dich. Das könnten auch Sägespäne sein. Und jetzt bin ich sogar noch so nett und lasse dich erst noch von deinem erzählen, bevor wir dann anstoßen virtuell und dann trinken wir zusammen. Ah, gut, dann auch heute kosten wir mal gemeinsam. Das ist gut, dann müssen sie nicht zweimal das Geschlürfe ertragen, sondern können es auf einen Punkt komprimieren quasi. Und hinterher darfst du auch als erstes sagen, was du empfindest. Ach, wunderbar. Ja, also, ich habe heute ein Mixgetränk wiederum. Das letzte Mal hatte ich ein sehr süßes Mixgetränk. Heute habe ich ein zwar wahrscheinlich immer noch sehr zuckriges, aber nicht mehr ganz so süßes, sondern eher bitteres Getränk mir auserkoren. Ich habe in meinen Kühlschrank gegriffen und heraus kam eine Flasche Tonic Water und eine Flasche Gin. Und ich habe jetzt also einen Gin Tonic und damit er schön kühl bleibt, habe ich noch ein bisschen Eis reingemacht. Hm, klingt gut. Dann sage ich jetzt mal Prost. Sollen wir mal mit dem Glas ans Mikro fuhren oder wie wollen wir das machen? Wir schlagen mit unseren Ringen gegen das Glas. Okay, Sekunde, dazu muss ich kurz die Hände wechseln. Und schon habe ich mich bekleckert. Und herrlich, ich bin so gut. Herrlich, du bist der Beste. Scheiße. Ist das richtig schlimm? Na ja. Willst du abbrechen? Ich kann die Gitarre gleich abwischen. Nee, nee, mach das jetzt. Komm, nee, komm, dann komm. Du wischst erst die Gitarre ab und dann wird es gemütlich. Gut, das ist es wert. Ja, also das geht schon wieder gut los. Ihr merkt es, ihr hört es fluchen. Aber das bleibt alles drin. Das wird nicht rausgeschnitten. Das ist das echte Leben. Das echte Leben wollen wir abbilden. Wir sind Rock'n'Roll. Aber auch Rock'n'Roller schneiden Sachen raus. Glaubt mal. Das ist der ungewöhnlichste Geruch, den man bei dieser Gitarre, also das, was man am wenigsten erwartet bei so einer Gitarre, die ich gerade auf dem Schoß habe. Bananengeruch? Riecht. So eine Gitarre riecht nicht nach Banane, würde ich behaupten. Aber wer weiß. Vielleicht assoziieren andere Leute anderes damit. So. Eher nach Fisch, meinst du? Weiß nicht. Fisch auch nicht wirklich. Lass ich mir noch einfallen, wonach die riechen müsste. So. Jetzt bin ich bereit, mein Glas mit etwas anzuschlagen. Sehr gut. Na dann. Prost. Oh, ich glaube, das hat gut geklappt. Oh, das war ganz schön laut auf meinem Dings. Also, es ist gleichermaßen süßer, als ich erwartet habe und mega lecker. Wunderbar. Ja, meins ist auch sehr, sehr lecker. Auch sehr, sehr süß und sehr bananig. Ich mag ja Bananen unheimlich gern. Aber ich nehme jetzt ein anderes Glas, weil in dieses Glas passt einfach überhaupt nichts rein. Und es verschüttet leicht scheinbar. Ja. Wie viel hast du denn da reingekippt? Naja, bist kurz unter den Stehkragen. Ach, Idiot. Also. Entschuldige. Also, ich werde jetzt ein neues Glas mit meinem Bananen-Bruchtsaftgetränk befüllen. Hast du extra noch ein zweites hingestellt, ja? Ja, genau, weil ich dachte, dass das nicht so abendfüllend ist, dieses Glas. Also, manchmal, manchmal wundere ich mich ein wenig, Julian. Manchmal wundere ich mich. Was, dass ich mir zwei Gläser zum Trinken instelle? Ich habe mir schnell eine Tasse Tee gemacht. Zwei. Okay, wunderbar. Das Getränk des Podcasts ist mal wieder erledigt. Hatte ich einen Durst. Schön, dass wir das gemacht haben. Ich habe nämlich echt wirklich großen Durst gehabt. Ja, ich auch. Weil ich war richtig ausgetrocknet. Das wird jetzt nicht viel helfen, aber ich habe mir heimlich, still und leise, noch meinen Krug mit Wasser unten hingestellt. Hm, interessant. Ja. Ja. Ich könnte noch sagen, dass mein Glas eins dieser uralten Senfgläser ist, nämlich dieser kleinen Humpen mit dem gitterartigen Muster da drauf. Ach, geil, ja. Ja. Da hatte ich Lust drauf. Ja, das finde ich auch geil. Da fanden wir ja noch ein paar unten im Schrank. So, haben wir nur noch irgendwelche randständigen Themen? Du hast es vorhin so angekündigt. Ich glaube fast, da habe ich mich übernommen. Ach. So viel reden wir gar nicht. Normalerweise stellen wir noch irgendwelche Sachen vor, zum Beispiel Gäste, aber normalerweise. Wir hatten es einmal. Ja, aber nächstes Mal haben wir das wieder. Und nächstes Mal wird schön, da haben wir dann nämlich die Marleen als Gast. Unser Thema ist ja gerade starke Frauen und auch Marleen zählt zu diesen, meiner Meinung nach zumindest. Sie ist gerade dabei, ein Programm zu entwickeln mit ihrer, äh, mit ihrer, wie nennt man das, mit ihrem Alter-Ego, Anni Marleen. Also eigentlich wollte sie sich nur Anni nennen, aber dann hat sie festgestellt, dass das, naja, sagen wir mal, schlecht zu googeln ist. Ist gut, dass du das erklärst, sonst hätte ich dir jetzt fast ins Wort gefallen und hätte gesagt, die heißt doch nur Anni. Ja, ja, genau. Nein, nein. Das ist alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Aber, äh, sie hat halt schon verliegenden Lieder geschrieben. Ihr wisst es, ihr habt schon eins davon gehört. Das haben wir euch, ich glaube, am Ende von Episode 2 vorgespielt. Mir ist auch so, ja. Bei Queen. Und dann habe ich heute noch, äh, im Zuge unseres Themas, welches, äh, oder unseres heutigen Albums, welches da ist, Bataillon d'Amour, Starke Frauen ist das Thema dazu, habe ich noch mit einem Experten gesprochen, das war sehr schön, und zwar mit Christian Henschel. Christian war jahrelang mein Manager, beziehungsweise der Manager von meiner Band Musics. Er war ewig lange Redakteur bei der Melodie und Rhythmus und hat dann irgendwann sich gedacht, ich ziehe mal meine eigene Zeitung auf und ist seitdem der Mann hinter dem Magazin Schall, das vierteljährlich erscheint. Auch demnächst erscheint wieder eine Ausgabe. Ich weiß nicht, ob sie schon raus ist, wenn wir hier, wenn wir hier, äh, wenn der Podcast erscheint, was von uns aus gesehen heute in einer Woche ist. Also, mh. Dieser Mann hat einfach ganz, ganz viel Hintergrundwissen, was Ostrock angeht. Und, äh, Bands aus dem Osten. Wir werden ihn definitiv dieses Jahr noch in diesem Podcast einladen. Der Typ kann quatschen, dass es eine wahre Freude ist. Macht richtig Spaß, ihm zuzuhören. Ist auch sonst ein ganz, ganz sympathischer Kerl. Ja, ja, und mit ihm rumzuwitzeln, wir haben gerade auf, wir haben noch nicht mal quasi den Hörer richtig abgenommen gehabt, schon haben wir gelacht, weil, äh, wir haben uns, du, wir haben uns bestimmt ein halbes bis ein Jahr nicht mehr gehört und so fort ging es los, dass wir uns gegenseitig die, die Jokes um die Ohren gehauen haben. Das, äh, wird sehr, sehr lustig und, äh, ich hab ihm so ein paar Fragen gestellt, die wir zu den Sachen, die wir so recherchiert haben, noch hatten. Ist leider nicht so viel dabei rumgekommen, weil wir, glaube ich, ein bisschen zu spezielle Fragen hatten, beziehungsweise, weil, äh, seiner Meinung nach manche Sachen davon auch einfach nicht zu beantworten sind, wie zum Beispiel Interpretationsfragen, was Texte angeht. Oder vielleicht eben, genau, ja, oder eben vielleicht auch ein bisschen nebensächlich, ich meine, die, die Message kommt ja trotzdem rüber, das, was eigentlich gemeint ist, denke ich. Richtig. Also sind ein paar Sachen bei unseren Recherchen oder zumindest bei meinen, kann ich mich jetzt entsinnen, sind ein paar Sachen etwas unklar geblieben, aber dafür haben wir ja auch, äh, fleißige Hörer und Kommentatoren, die, äh, wie wir eingangs erwähnten, da gerne die Finger auf die Tasten schwenken dürfen zu. Jawohl, du hast es schon verraten, wir sind erstens metamäßig in der Staffel Starke Frauen. Ja. Und zweitens heute speziell bei der Band Silly mit dem Album Bataillon d'Amour. Genau. Und Bataillon d'Amour und die Band Silly passt deswegen in das Thema Starke Frauen, weil, wie uns zählgleich erklären wird. Weiß ich nicht, was hast du denn vor zu sagen? Wir sprechen heute über das Album Bataillon d'Amour von Silly, denn es passt, äh, oh nein, ich fange den Satz nochmal an. Tut mir leid. Moment, ist das, ist das, ist das diese Silly Dion? Ne, it's Silly me. Nein, also wir hören, wir hören heute, ich bin seit 66 Jahren Rentner, mein Gott. Du schaffst es. Ja. Wir hören heute passenderweise zu unserem Metathema Starke Frauen das Album Bataillon d'Amour von Silly und dieses Album von der Band Silly passt deswegen so gut in das Metathema Starke Frauen, weil sich eine ultra starke Frau in dieser Band befand. Richtig. Leider ist sie nicht mehr am Leben. Richtig. Und jene Dame heißt Tamara Danz. So, das ist richtig. Ja. Starke Frau, nicht zuletzt deswegen, weil sie in einem, äh, doch gerade auch noch in den 80ern Männer, Männer dominierten, äh, Genre, nämlich der Rockmusik, äh, sich als Frontfrau einfach mal richtig nach vorne gemacht hat. Silly war zu dem Zeitpunkt eine der, wenn nicht sogar die erfolgreichste Rockband in der DDR zumindest. Mhm. Sie haben damals, äh, angefangen, das war Anfang der 80er, also, glaub sogar 1980, so rumzutouren durch verschiedene Orte. Das hat mir zum Beispiel heute Christian erzählt. Waren auch irgendwo im Ausland, das hab ich mir nicht genau gemerkt, das war natürlich irgendwas Ostblockiges. Und dort im Urlaub war ein Herr namens, ich glaube, Jimmy Rakete oder so? Johnny Rakete? Jim. Jim Rakete. Sagt ihr was? Jim Rakete? Ja, sagt mir was, ja. Produzent, wenn ich mich nicht irre, ne? Mhm. Genau. Der jedenfalls... Hat auch mit Nena zusammengearbeitet. Ah, siehste, genau. Also dieser. Soweit ich mich entsinne. Mhm. Sehr schön. Hat sie dort gesehen und gesagt, mit euch mach ich eine Platte. Hat das dann auch getan. Und das ist was Besonderes gewesen, diese Platte. Also ich würde, wenn ich das richtig verstanden habe, oder mein Wissen über Jim Rakete ist ja, dass der, da er ja auch mit Nena zusammengearbeitet hat, vermutlich oder sehr wahrscheinlich auch eher aus dem Westen stammt, was ja auch schon ein spannender Umstand ist. Das ist richtig. Das ist richtig. Er ist ein westdeutscher Produzent gewesen. Das ist genau das, worauf ich hinaus möchte. Jim Rakete hat Silly im Ausland kennengelernt und dann gesagt, ich mach eine Platte mit euch. Und das hat er auch getan. Äh, 1980 kam diese Platte dann in den Westen. Und ein halbes Jahr später erst im Osten raus. 1980 kam also Silly raus im Westen mit dem Album Silly. 1981, ein halbes Jahr später, kam dann Tanzt keiner Boogie, quasi das gleiche Album, so in der DDR. Ah. Das war nicht Usus in der DDR. Ganz und gar nicht, ne? Also erstmal, dass ein Westdeutscher mit einer Band ein Album macht und dann auch noch zuerst dort rauskommen lässt. Dann haben sie ein paar Jahre später, 1983, das nächste Album rausgebracht, Mont Klamot. Und das war ihr großer Durchbruch, ne? Also das, Mont Klamot war ein Riesenhit von denen. Also nicht nur das, nicht nur der Titel, sondern auch das Album. Danach hatten sie ein Album, das sie schon fertig hatten. Das war gepresst und alles. Die Platten waren also auslieferungsfertig. hieß Zwischen unbefahrenen Gleisen, wurde dann aber mit einem Veröffentlichungsverbot belegt. Da drei Titel darauf noch, ja, da haben sie halt gesagt, nee, das geht nicht. Das ist uns zu, was weiß ich, kritisch oder progressiv, wahrscheinlich eher kritisch. Systemkritik war ja nicht gern gesehen in der DDR. Das heißt, alle diese Platten mussten wieder eingeschmolzen, während die bereits gepresst waren. Boah. Hart, aber so war's. Das ist echt, das ist echt gemein. Ich meine, man stelle sich mal vor, wie viel Arbeit in so einem Album drinsteckt. Man spielt den ganzen Krampen. Erstmal schreiben. Einspielen. Kostet alles Geld. Kostet Zeit. Kostet Mühe. Man muss derzeit in der ganzen Zeit auch leben. Also das, ja, bitte ich nicht mal zurück. Ja, das war in der DDR nicht so teuer, das Leben. Da ging, da war es wirklich eher hart, halt die Inhalte zu verlieren. Was sie ja nicht haben. Sie haben drei Songs verloren, immerhin. Aber sie haben das Album dann halt im darauffolgenden Jahr als Liebeswalzer rausgebracht. Aber eben mit teilweise anderen Titeln darauf. Okay. Ja, spannende Geschichte. Geht's noch weiter? Sehr spannende Geschichte. Ja, es geht noch weiter. Und jetzt, mein lieber Jürgen, jetzt kommen wir zu Bataillon d'Amour. Bataillon d'Amour, ein Album, das auch einen westdeutschen Produzenten dabei hatte. Diesmal nicht Jim Rackete, sondern Micky Mäuser. Der ist tatsächlich immer rübergefahren in die DDR, um dann mit denen aufzunehmen. Allerdings war er auch nur einer von drei Produzenten. Da waren noch zwei andere Produzenten dabei. Und der eine war Klaus-Peter Albrecht und der andere war Helmer Fedorowski. Mit Helmer Fedorowski haben sie ganz viel zusammengearbeitet, die Sillys. Der hat auch, wenn ich mich recht entsinne aus dem Gespräch mit Christian, hat er sämtliche Puddis produziert und so weiter und so fort. Also der war richtig umtriebig. Wir haben es also, um mal ganz kurz einzugrätschen, mit Rock'n'Roll Royalty aus der DDR zu tun. Absolut. Und Micky Mäuser, der aber vor allen Dingen zumindest, was ich gelesen habe, wohl für Programmierungen von Synthes und sowas zuständig war. Aha. Also auch noch Avantgarde. Genau. Irgendwie. Zu der Zeit, als das Album aufgenommen worden ist? Oder hast du Ergänzungen oder Fragen? Nee, ich bin baff, ob der Fülle der Informationen. Zu der Zeit, als es aufgenommen wurde, bestand Silly aus den Protagonisten Tamaradans als Sängerin des Ganzen, Thomas Fritsching an der Gitarre, Matthias Schramm am Ebers, Rüdiger Barton bzw. Richie genannt an den Keyboards, Herbert Jung am Schlagzeug und soweit ich weiß übrigens sind sowohl Herbert Jung als auch Matthias Schramm inzwischen gestorben. Ich glaube 2000, also erst nach 2000. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Und als Gastmusiker hatten sie noch Hans-Jürgen Resnicek dabei, der aber unter Jackie mit Ä firmiert. Sagt man das so? Ja, ich weiß nicht, hier steht, also hier auf dem Zettel steht bei mir J-E-C-K-Y. Genau. Ich vermute, das ist die eingedeutschte Fassung von Jackie. Liest sich aber wie Jäcki. Nee, nee, ich glaube, es ist Jackie. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Das ist die auch. Jackie Resnicek ist. Genau. Ja. Zu Jackie Resnicek werden wir in Kürze vielleicht, oder willst du gleich noch was dazu sagen? Nö, nee, machen wir mal. Ich habe gerade nicht aufs Mikrofon geleitet. Der Jackie Resnicek, der Nachname ist noch schwieriger auszusprechen, hat mir eine Zeit lang hier beim Anhören und Vorbereiten dieses Podcasts, also Anhören des Albums und Vorbereiten des Podcasts ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Weil nämlich gleich zu Beginn der CD, Platte, Album, der erste Track beginnt mit etwas, was er darauf getan hat. Ja, und das ließ sich ein bisschen schwer einordnen und es gab keine vernünftigen Videoaufnahmen, an denen ich irgendwie hätte sehen können, wo dieses Geräusch herkam, das mich da so verwirrt hat. Wobei ich zu allerersten, das muss ich mir jetzt doch selbst schulterklopfend noch eingestehen, gleich zu Anfang gesagt habe, das klingt wie ein fretless Bass. Und Till hat es dann rausgefunden und hat es mir freundlicherweise bestätigt. Jackie Resnicek spielt einen fretless Bass im Intro von dem ersten, vom Titel gehenden Stück, Bataillon d'Amour. Ja, und hättest du, mein lieber Freund, also, ach siehste mal, darüber haben wir noch gar nicht geredet, wie es uns überhaupt geht, was wir so gemacht haben in letzter Zeit. Und wir haben nämlich was gemacht in letzter Zeit, du und ich. Wir haben uns, ob der Lockerungen, die es in ganz Deutschland und vor allen Dingen auch bei uns hier in Berlin gibt, haben wir uns getroffen und haben etwas zu Ende gebracht, woran wir seit, oh Gott, November war es, glaube ich, ne, da haben wir angefangen. Ich glaube, seit dem 19. November oder so. Ja, November letzten Jahres. Angefangen hatten. Ja. Es gibt, oh, wir sind ja so gut. Ja. Es gibt in Berlin eine Currywurstbude, die nennt sich Curry and Chili. Jawohl. Und dort gibt es die schärfste Currywurst zumindest von Berlin. Ich würde ja behaupten, wenigsten von ganz Deutschland. Die haben zehn verschiedene Stufen an Schärfe, wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn sie ein bisschen kombinieren. Geht los bei, ich glaube, 11.000 Scoville. Wem das nichts sagt. Warte, ich kann es nachgucken. Ja, ist egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 11.000 Scoville sind. Wem Scoville nichts sagt, das ist eine Einheit zur Messung des Schärfegrads. Das kann man alles auf Wikipedia nachlesen. Und 11.000 Scoville ist für den Normalsterblichen, der es gerne mal vielleicht ein bisschen pikant mag, aber nicht so scharf, schon relativ scharf. Und es geht dann hoch bis 7.777.777 Scoville. Das ist dann Stufe 10. Und das macht so richtig viel Spaß. Und man kriegt einen Schärfepass, in dem man quasi sich abstempeln lässt, welche Stufen man schon geschafft hat. Und wir haben halt in diesem halben Jahr, das wir zur Verfügung hatten, wir sind ein bisschen drüber gekommen, dadurch, dass dann zu war zwischendurch, haben wir es halt geschafft, alle zehn Stufen zusammen zu essen. Und natürlich haben wir, weil wir Tierliebhaber sind, und zwar im Sinne von, wir mögen Tiere, aber wir essen sie nicht so gern. Also ich noch weniger als Julian. Ja, ich bin noch nicht ganz dem entwachsen, aber... Ja, du bist auf einem guten Weg. Haben wir natürlich vegane Currywurst gegessen, die auch ganz lecker ist, muss ich sagen. Die kann man da gut essen auf jeden Fall. Ja, vor allem, weil man ja eh nicht so viel schmeckt, wenn es erstmal Stufe 10 erreicht hat. Dem möchte ich widersprechen, und zwar vehement. Denn schmecken tut man erfreulicherweise tatsächlich alles. Das stimmt. Unerfreulicherweise tut es einfach weh wie Sau. Ja, und das Problem ist halt nicht, normalerweise, wenn man was Scharfes ist, dann weiß man ja, der ganze Mund tut weh. Das Problem ist, sobald man dann geschluckt hat, fängt dann halt auch der Hals an, weh zu tun. Ich konnte halt irgendwann nicht mehr schlucken, weil mein Hals weht hat. Ja, man muss ja diesmal extra zum Runterkommen oder zum bisschen Eliminieren der Schärfe ausnahmsweise mal ein milchhaltiges Getränk besorgt, was auch wirklich gut geholfen hat, aber immer nur so für anderthalb Sekunden. Und dann ging es wieder los. Es hat gebrannt wie Feuer. Ja. Aber es hat auch Spaß gemacht. Also, wir waren sehr stolz auf jeden Fall am Ende auf uns. In den Shownotes findet ihr dann ein Foto von uns. Wir werden es bestimmt auch bei Social Media nochmal teilen. Aber wer nicht so auf Facebook und Instagram unterwegs ist, in den Shownotes ist ein Link, da seht ihr das dann auch nochmal. Wie wir glücklich und ein bisschen rotem Gesicht in die Kamera strahlen. Leicht verrotzt und verheult. Ach, das war auch wirklich hart. Ja, es war, ja. Also, ich bin ja vorhin da so reingeritscht von wegen, man hat ja trotzdem was geschmeckt. Und das muss man wirklich sagen. Also, man schmeckt bei jeder dieser Currywurststufen, schmeckt man die Soße und was auch immer da noch für Pülverchen oder Chili oder sowas dran gehauen ist, schmeckt man. Und alles schmeckt auch wirklich unterschiedlich. Leider ist es so, ab einem gewissen Schärfegrad, gewissen Schärfegrad schmecken die Soßen so ein bisschen chemisch, finde ich. Ja, das stimmt. Naja, es ist halt dann vor allen Dingen dieser Stoff drin, der die Schärfe auslöst. Und das schmeckt halt so ein bisschen wie, ja, wie soll man sagen, jetzt hat man so eine leichte Seifenlauge oder so mit dazu packt. Ja, was in der Art. Ja. Und trotzdem kann man sagen, also auch wenn die diesen Beigeschmack haben, die Soßen sind trotzdem alle lecker, also ich wollte es nicht, ne, so ist es nicht. Gerade die selbstgemachten von denen, ne, also die. Genau, und die 10 zählt dazu. Ja. Das war wirklich ziemlich gut. Also die 3, die 7 und die 10 waren es, glaube ich, ne, und die sind, die sind alle 3 sehr, sehr lecker. Ja. Das haben wir jedenfalls gemacht. Ich habe mir noch, weil ich die Flasche so schön fand, eine Nummer 1 mitgenommen. Das ist jetzt zwar kein Ruhmesblatt von der Schafe her, aber da ist so ein süßes, kleines rosa Gehirn auf dem Flaschendeckel drauf, das fand ich lustig. Da machst du auch noch ein Foto von und auch von deinem tollen Glas und das verlinken wir alles. Ja, vielleicht mache ich die Soße einfach ins Glas. Das kannst du natürlich auch tun, ja. Ja, das gibt ein Malheur. Dann kippe ich mir das wieder über die Gitarre und so und dann brennt die. Ich meine natürlich jetzt die Flasche, ne, ins Glas stellen, nicht reinkippen. Ach so, das kann man natürlich versuchen oder ich stelle es einfach nebeneinander. Das geht ja auch. Das kannst du auch tun, genau, ganz genau. Dann sieht man dein schönes Glas und dann sieht man auch dein kleines süßes Gehirn, was du jetzt hast. Jetzt hast du jetzt zwei kleine süße Gehirne. Genau, ich habe mir auch noch mal die Stufe 3 mitgenommen, weil die ist so eine gelbe Soße, die Marlin ganz gut geschmeckt hat. Deswegen haben wir die jetzt auch zu Hause. Du hattest ja eh die 5 schon, ne? Genau, die 5 habe ich schon. Die 5, als wir die 5 gegessen haben, Julian, erinnerst du dich? Das war zu der Zeit, wo Marlin gerade bei Germany's Next Topmodel war und sich in Costa Rica aufgehalten hat. Und dann habe ich, während wir das Zeug gegessen haben, gesehen, dass diese Soße jetzt genau die 5 aus Costa Rica kommt. Und deswegen habe ich die gekauft. Ach ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch. So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, Julian, du hast dir, um das Album störungsfrei hören zu können und nicht auf Internetverbindungen wie bei Spotify beispielsweise angewiesen zu sein, hast du dir das Album gekauft. So ist es. Und jetzt hat Amazon diese, ich muss ja mal sagen, ich halte nicht so viel von Amazon, aber was ich großartig finde, ist, dass wenn du die CD kaufst, immer noch den MP3-Download dazu bekommst. Ja, und du warst ein richtig, richtig guter und hast mir das Album mitgebracht, das CD-Album, damit ich es mir ins Regal stellen kann, weil du meintest, du stellst es dir nicht ins Regal, was wahrscheinlich eher ästhetische Gründe und Sammlungsgründe hat, als dass du das Album nicht gut fandest, richtig? Ich habe ja schon auch ein paar Verbrechen im Schrank, aber irgendwie in meiner Sammlung, da steht es mir nicht, obwohl ich sagen muss, dass mir das Album super, super gut gefallen hat, ja. Aber jetzt habe ich es als MP3 und das genügt mir auch einfach. Kann ich verstehen. Aber um jetzt den Bogen noch weiter zu schlagen und zurück zum Ursprungspunkt zu kommen, hättest du das Album einmal ausgepackt und dir das Cover angesehen, hättest du darauf lesen können, Jackie Resnitschek, Threatless Bass bei Bataillon d'Amour. Aber ich habe es ja nicht ausgepackt, weil ich es dir ja schenken wollte. Ja, richtig, aber da steht es drin. Also die Informationen waren quasi nur Zentimeter von deiner Hand entfernt und du hättest sie jederzeit haben können. Ach, verflixt. Wir haben uns dann das Album noch angeguckt und haben es auch ausgepackt. Dabei ist dir aufgefallen, weißt du noch, oder uns aufgefallen, dass die Rückseite des Booklets sehr, sehr hässlich ist. Das ist einfach schlecht kopiert, oder? Ja, genau. Es ist so ein Glanz, Hochglanzpapier und es ist einfach, ja, es ist wirklich einfach so ein Kopierjot oder ein Foto oder was auch immer. Und es sieht einfach nicht gut aus, weil es so ein bisschen verwaschen ist und kleinste Schrift ist drauf und die kann man kaum noch lesen. Und ich habe mir diese kleinste Schrift, die man wirklich kaum noch lesen kann, habe ich mir neulich mal angeguckt und weißt, was ich festgestellt habe. Die haben einfach die Rückseite der Schallplatte genommen und haben die eins zu eins kopiert. Da steht nämlich auch noch drauf, dass es vom VEB sowieso ist, die Schallplatte. Was dann schon wieder ein bisschen Coolnessfaktor hat, finde ich. Ja, richtig. Also dann hast du noch ein bisschen von dem alten Flair mit drauf. Aber das ist natürlich rotzdreist. Ja, aber davon kann man doch wirklich eine gute Kopie oder ein gutes Foto machen. Also das muss dann wirklich nicht so aussehen, als ob man da mit einem schlechten Farbdrucker mit 100 dpi rübergegangen ist. Ja, zumal ja die CD, die wir jetzt bekommen haben, mindestens nach 2000 erst rausgekommen ist. Ja, ja, ja. Warum, das werden wir später erklären. Richtig. Und da hatte man die Möglichkeiten mit Bildbearbeitung und so weiter. Man hätte einfach ein schönes Reto-Dingsbums machen können. Und wenn man das VEB draufhaben hätte wollen, hätte man das in der richtigen Schrift da draufzimmern können. Also das musste nicht sein, dass das so erbärmlich aussieht. Ja. So. Aber jetzt haben wir genug geschimpft. Genau. Wir haben schon erwähnt, wer alles so bei dieser Platte mitgemacht hat. Zwei der genannten, nee, falsch. Einer der genannten ist dann später relativ schnell, nachdem das Album abgedreht ist, nicht das richtige Wort, nachdem das Album aufgenommen und rausgekommen war. Nämlich der Matthias Schramm, einer der Gründungsmitglieder von Silly, wurde dann gekantet. Und der Jackie Resnicek wurde stattdessen aufgenommen. Der, das ist eine witzige Geschichte, auch die hat mir Christian heute erzählt. Und der Resnicek hatte dem Schramm, sein, also Jackie hatte dem Matthias Schramm, sein Threadless Bass geliehen, um, ich erzähle erst die Geschichte zu Ende und dann erzählst du mal der Hörerschaft, was denn ein Threadless Bass eigentlich ist. Der hatte dem jedenfalls seinen Bass geliehen und dann hatte der, ich weiß nicht wie lange, aber jedenfalls eine ganze Zeit, dann hat er sich gemeldet und hat gemeint, er holt das Ding jetzt wieder ab, er braucht es jetzt. Und ist dann hingefahren und da wurde ihm dann gesagt, dass der das noch nicht hinbekommen hat, das aufzunehmen, dass es einfach, ja, dass es einfach nicht gut klang, dass er es nicht hinbekommen hat. Und dann hat er, achso, er braucht den, er ist ja kein Problem, ich spiele das schnell ein, hat das schnell eingespielt, dann hat er den Bass mitgenommen. Oh. Ja. Und daraufhin wurde dann Matthias Schramm nicht mehr, also Entsillit und Jackie Resnicek durfte dann mit einsteigen in die Kombo. Interessant, hochinteressant. Kurze Zeit später, ganz kurz noch, kurze Zeit später darauf, damit ich das noch zu Ende bringe, hat dann Tamara Uwe Hasbecker noch kennengelernt bei einer Kombo, ich glaube Digitareos oder so hieß das, oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich glaube, man versteht, was ich damit meine. Hat sich prompt quasi darin, also in den Mann und auch in sein Spiel verliebt und hat gemeint, der muss jetzt mit in die Band. Bisschen schwierig war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, dass sie vorher noch zusammen war mit Richie. Ja, wie? Naja, und dann waren halt Richie und seine Ex und seine Ex und der Neue seiner Ex in der Band. Na, das macht ja Laune. So ein bisschen, als ob Marlin mich jetzt verlassen würde und dann, sagen wir mal, mit einem neuen Bass zusammenkommt, der dann noch mit in unsere Band kommt. Das wäre ein bisschen komisch. Aber ich glaube, inzwischen ist das alles über sieben Brücken, heißt das so? Wasser unter Brücken. Ja, ja, inzwischen sind ja auch, der eine oder andere davon ist ja inzwischen auch tot. Ja, nee, nee, die leben alle noch. Die sind auch noch weiterhin in dieser Band. Also Silly gibt es ja noch. Ja, nur Tamara gibt es halt nicht mehr, ne? Genau. Die haben auch einen anderen Schlagzeuger jetzt, weil der ist ja auch inzwischen gestorben. Aber ja, ansonsten, genau. Das muss man auch erstmal bringen als Band, das durchzuhalten in der Konstellation. Ja. Das ist unter Umständen nicht leicht. Das ist richtig. So, du wolltest was vom Threadless Bass erzählen. Ja, ich würde sogar versuchen, was zu demonstrieren. Ich habe nämlich heute mein Slide-Röhrchen, also mein Bottleneck gefunden und versuche mal zu imitieren, wie ein Threadless Bass klingt. Das kann gleich ganz schrecklich sein, kann aber auch funktionieren. Ich probiere es mal kurz aus. Hört man was? Ja. Ja, das war jetzt im Itat von Threadless Bass. Der Threadless Bass heißt nämlich Threadless Bass, weil er keine Threads hat. Er hasst sie auch nicht. Aber er hat auch keine. Threads sind die Bünde, die Bundierungsstäbchen. Das sind Unterteilungen des Griffbretts, also am Hals der Gitarre. Das ist quasi ein Bundless, nee, Bündless, wie heißt das dann? Ein bundloser Bass. Bundloser Bass, danke. Und gleichzeitig eine schöne Alliteration. Stimmt, sollte eigentlich immer so heißen. Bundlos in der Englischen gibt es halt das Wort Bund so nicht. Dann heißt es da halt Threadless Phrase. Kein Problem. Entschuldigung, das übersteuert. Ja, so heißt es dann. Threadless Phrase. Nee, deswegen, weil da keine Stäbchen drauf sind, die die Seitenlänge unterteilen in Stufen sozusagen, kann man damit stufenlos den Ton, die Tonhöhe verändern. Wenn ich jetzt das Röhrchen wegtue und nicht mehr versuche zu emittieren, dann klingt das Rutschen auf dem Gitarren halt so. Und dann so grrrr. Mach mal langsamer. Ja, so hört man das ziemlich gut. Mit Bundierung und jetzt wieder, so wie es auf dem Threadless Phrase, wie er jetzt heißt, passiert, ohne Bundierung. Ah, das ist ja verrückt, Mensch, dass da vorher nicht schon Leute draufgekommen sind, sowas zu machen. Oh, warte mal, Kontrabass. Ja, oder Geige oder was auch immer, jedes Streichinstrument nahezu. Naja, gut, es gibt ein paar alte, die sind bundiert, aber im Grunde genommen ist es von der Technik her eine Mischung aus einem elektrischen Bass und einem Kontrabass. So kann man das sagen, ja. Okay, schön. Es ist halt in Gitarrenform, also man hat es umhängen und steht was. Richtig, und es gibt halt so einen ganz unverwechselbaren Sound im Grunde genommen. Eigentlich ist es fast eine Farce, dass du das nicht verstanden hast, also nicht gehört hast, meine ich. Aber ich habe es ja gehört, ich war mir nur nicht sicher. Es hätte ja auch ein Keyboard-Sound sein können, weil da nämlich auch noch Effekte drüber laufen über den Bass, ich glaube ein Chorus oder sowas. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Ja, aber ich muss zugeben, ich habe auch gleich eigentlich gedacht, es ist entweder ein seltsames Synthi oder ein cooler Threadless. Ja, richtig. Dann waren wir da ja auf einem Dings. Absolut. Oder Bums. Absolut. Die Texte auf diesem Album wurden in dem Fall noch ausschließlich geschrieben von einem Herrn Werner Karma. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Karma. Heißt der Werner, ja? Ja. Ja. Werner, genau. Und Karma, geschrieben wie das Indisch. Wie das Karma. Ist das Indisch? Genau. Genau. Ja, das ist natürlich auch nur ein Künstlername. Ich habe jetzt leider die Seite verworfen, wo ich mir aufgeschrieben hatte, wie er eigentlich hieß. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Wer Werner, wer mehr über Werner Karma erfahren möchte, kann das auf seiner Homepage tun, die auch wieder verlinkt sein wird in den Show Notes. Und ja, das war im Grunde genommen in den 80ern der Texter, der Lyriker in der DDR. Der hat im Grunde genommen alles, was Rang und Namen hatte, mit wunderschönen Texten versehen, die auf mehreren Ebenen funktionieren, wie wir gleich noch sehen werden, wenn wir die einzelnen Titel besprechen. Wirklich ganz, ganz tolle Stücke, die da entstanden sind zu der Zeit. Was viel daran lag, dass man Kritik so verpacken musste, dass sie nicht jeder sofort verstand und so, dass die Leute, die es hören wollten, die gelernt hatten, zwischen den Zeilen zu lesen, es trotzdem noch irgendwie, ja, wie es noch beim Rezipienten ankommen konnte. Das ist natürlich nicht so einfach und deswegen hat das der Herr Karma für viele, viele Bands getan. Unter anderem halt für Silly. Das ist allerdings das letzte Album, was er komplett für Silly geschrieben hat. Auf dem nächsten Album, ich glaube, das war Februar, wenn ich mich nicht irre. So heißt das? Ja, so heißt das. Da hat er nur noch zwei Titel beigetragen, wobei ich muss sagen, das sind tatsächlich sehr starke Titel. Das eine war Über ihr taute das Eis, ein ganz toller Song, der sich einerseits mit Depressionen beschäftigt, auf der einen Ebene und wenn man noch eine Ebene tiefer geht, es ist durchaus auch gesellschaftskritisch zu sehen und zwar also jetzt nicht im Sinne von Depressionen werden nicht anerkannt, sondern was immer noch ein großes Problem ist, sondern eher nach dem Motto, da ist zum Beispiel die Textzeile drin, ich kann es jetzt nur, ich paraphrasiere, sie lächelt, sie ist tot und lächelt, sie ist ertrunken, weil über ihr taute ja das Eis, aber dieses Lächeln darf nicht gezeigt werden, denn wo können wir denn da hin, wenn die Leute lächeln hinter den Grenzen unseres Landes? Womit wir ein bisschen eingangs bei meinem Glas sind, hä? Ja, richtig. Aber richtig, weil tot sein so viel Spaß macht, genau. Und der andere Song, den habe ich jetzt aber vergessen, welcher das war, ja, also auch ganz starkes Album tatsächlich und das letzte, was sie in der DDR gemacht haben und auch so wie dieses Album, ein Album, was zeitgleich im Osten und Westen rauskam. Zeitgleich in diesem Fall? Ja. Weil du sagtest ja, dieses, das, was wir aktuell haben, also Bataillon d'Amour, wäre erst im Westen und dann im Osten rauskam. Nein, das war das Erste. Das war, hieß im Osten Silly und … Entschuldigung. Und danach kam dann im Osten … Tanz keiner Boogie. Tanz keiner Boogie, ganz genau. Ja, Entschuldigung, da habe ich, wer aufpasst, ist klar im Vorteil. Genau. So, Tamara Danz ist auch deswegen eine starke Frau, weil sie sich stark für einen Wandel in der DDR eingesetzt hat, dass … Sie war zwar nicht zwangsläufig dafür, die beiden Staaten zusammenzuführen, zumindest hat sie eine Petition unterschrieben oder ein, was auch immer das war, das hattest du dir rausgesucht, ne? Mhm. Dann hat eine Resolution der Rockmusiker und Tiedermacher, die sie dann auch öffentlich verlesen hat, obwohl man das nicht sollte und durfte. Und sie war eine der Erstunterzeichnerinnen … Auf den Konzerten, ne? Auf den Konzerten, ganz genau. Und ja, irgendwie haben die Staatsorgane auch natürlich Wind davon bekommen und mitgeschrieben, wie viele Leute dann das nur gehört haben. Also das ist irgendwie … Die Wikipedia-Seite zu dieser Resolution und ich … oder der Wortlaut, also beides werde ich versuchen zu verlinken. Mhm. Ja, das dürfest du wohl hinbekommen. Genau, und es geht letztendlich um Reformen im Umgang mit … Sowohl halt auch damit, wie Musik veröffentlicht werden kann und mit der … Nicht Kritik, mit der Zensur und so weiter umgegangen werden kann. Und … Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, auch so ganz grundlegende Sachen, die jeden Bürger betreffen, was halt nicht so doll lief, Reformen halt irgendwie, ne? Ja, ich hatte das auch ein bisschen so verstanden, dass die … Dass sie sich gerne als sozialistisches Deutschland quasi im Gegenzug zur BRD zeigen wollten, nicht mehr so oppressiv … Ist das das richtige Wort? Also nicht mehr so … Ich hab schon, ja. … nicht mehr so unterdrückend, wie es in der DDR war, aber schon noch mit dem sozialistischen Hintergedanken, den sie für gut und richtig, also vor allen Dingen antifaschistisch und … Wie heißt das, wenn man in Frieden will? So. Pazifistisch. Pazifistisch, genau. Darstellt. Also das war, was sie gerne erreichen wollten. Also im Grunde genommen eine gemilderte Form der DDR mit mehr Freiheiten. Es ist übrigens auch, fällt mir gerade ein, noch ein bisschen spannend, weil das, glaube ich, zumindest im Reden um diese Resolution herum aufgetaucht ist, dass, wenn die Reformen nur nicht stattfinden würden, sich staatsfeind- oder staatsschädigende faschistische Organe eventuell der schlechten Stimmung und der schlechten Bedingungen bemächtigen würden, um ihr Unheil damit auszuüben. Irgendwie so war das formuliert. Entschuldige bitte, hat dir jemand AfD gesagt? Nee, ich habe es nicht gesagt, aber vielleicht schwang es irgendwie mit. Ich meine, also die tut das ja jetzt im Augenblick genau. So, jetzt verstehe ich. Hat er, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja. Ja, ja, ja. Die Internetverbindung ist ganz gut, aber meine Leitung ist lang, ich sage dir. Genau, also sie machte sich halt, sie hat sich politisch engagiert, sie hat sich dann auch später, als es, als die Wende dann rum war, hat sie sich stark gemacht für Künstler, hat auch ein Studio gegründet, wo sie sich mit einem Künstler, vor allen Dingen von Silly zusammengetan hat, um auch jüngere Künstler zu unterstützen. Leider ist sie dann relativ bald nach der Gründung, das war, oh Gott, war das, das war in den 90ern, ne? Ja, mir ist irgendwie nach 95, ich kann mich aber trauschen. Ja, ich glaube, 95 hat sie das Studio gegründet und 96 ist sie leider verstorben, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Genau, also sie ist halt, wenige Jahre nach der Wende ist sie bereits leider verstorben und genau. Ach ja, die restlichen Texte, wo wir vorhin dabei waren, von diesem Februar-Album, hat sie dann mit Gundermann zusammengeschrieben. Der sagt mir auch was, der Gundermann. Ja, ja, das war ein Braunkohlekumpel und der war auch Liedermacher und Spitzel, also Stasi und was weiß ich nicht alles, ganz komischer Typ, glaube ich, aber er hat ganz viele Leute auch mit seiner Musik berührt. Gibt einen Film über ihn, den können wir gerne demnächst mal gucken, der würde mich auch interessieren, heißt Gundermann. Wir steigen ein in das Album. Achtung, einsteigen bitte. Und los geht's mit dem Titelsong des Albums, Bataillon d'Amour. Wie habe ich das ausgesprochen? Schön, sehr gut. Bataillon? Wobei, theoretisch spricht man das L, glaube ich, nicht Bataillon. Das ist, glaube ich, mehr. Ich glaube, man spricht es Bataillon. So tut man es. Ganz genau so. Bataillon d'Amour. So, und es geht los mit diesem ganz charakteristischen Thema erstmal. Und schon hört man den Threadless-Bass, der mir schlaflose Nächte bereitete. Sagt man eigentlich in Vergangenheitsform beritt für bereitet? Schon gut. Lassen wir das. Ja, lassen wir das. Ja. So, na, also, ich kannte den Song ja schon. Du kanntest ihn, glaube ich, auch schon. Kann das sein? Ich kannte ihn schon, aber ich würde gern zu den Umständen, warum ich ihn kannte, später kommen. Okay. Wann denn? Gegen Ende des Besprechens des Albums. Ah, zu Titel 11 etwa, so ungefähr? Ich glaube, das ist er, ja. Ja, okay, gut. Also, du kanntest das Original aber nicht. Ich kannte, ich fürchte, ich kannte das Original eben nicht. Okay. Und damit ist schon ein bisschen was vorweggenommen, genau. Aber darf ich dann einfach mal auspacken, was ich da so ... Bitte, packe. Wie gesagt, für mich ja ansonsten ziemlich unbeschriebene Geschichte, unbeschriebenes Blatt, diese Gruppe. Und die ganze Ostrock-Szene war mir nicht bekannt, da ich ja auch bei The Knorke als Quoten-Wessi agiere. Und, ähm ... Immerhin Berliner. Ja, immerhin Berliner, ja, das auch gebürtigerweise. Aber, ähm, also wirklich nichts mit Silly verbannt, keine Ahnung hatte, wer die sind, warum, wieso, weshalb. Und, ähm ... Ich vermute auch mal, dass du genau drei Ostrock-Bands jetzt kennst, äh, zumindest ... Namentlich. Namentlich, sagen wir mal vier. Äh, du ... Ich vermute mal, du kennst natürlich jetzt Silly, du kennst die Pudis, du kennst Karat, zumindest namentlich. Vielleicht hast du schon mal einen Song von ihnen gehört. Ähm, du hast schon mal von Sternkombo-Meißen, beziehungsweise Sternmeißen gehört. Ja, und du hast mir da sogar schon mal was übergeholfen von denen. Ganz genau. Deswegen, genau. Genau. Ja, aber also vorher war das alles so ein bisschen weit weg von mir irgendwie. Und ich hatte damit, hatte da einfach keine Verbindung zu. Und, äh, nach dem, also beim Anhören des ersten Songs, hab ich gemerkt, ja, das ist ein gut geschriebener Text auf jeden Fall. Methodisch einfallsreich. Also handwerklich einfach schon wirklich prima gemacht und so weiter. Der hat mich zwar noch nicht so umgehauen, jedenfalls nicht beim ersten Hören. Aber man merkte, dass da ganz viel, ganz eine dichte Atmosphäre dabei ist. Und dass da wirklich Leute am Werk sind, die einfach verdammt gut wissen, was sie tun. Und das hat sich über den weiteren Verlauf des Albums auch auf jeden Fall bestätigt. Ähm, ein paar Sachen sind mir eben auch gleich bei dem ersten Song aufgefallen, die mir erst mal wieder so ein bisschen sperrig vorkamen. Und das sind einfach die Sounds. Ja. Die halt aus den 80ern, diese Sinti-Geschichten und so weiter, wo man, ja, manche sind halt nicht so gut gealtert. Das ist so eine Floskel, die wir hier ganz gerne gebrauchen. Manches ist gut gealtert, manches nicht so. Und diese Sinti-Sounds, die, ähm, funktionieren ganz gut, wenn's lustig sein soll, bei der EAV. Aber hier war ich erst mal ein bisschen abgeturnt. Aber nachher, wenn man's ein paar Mal gehört hat. Für die Jüngeren, Julian meint die erste allgemeine Verunsicherung. Ja, eine österreichische Truppe, die, äh, sehr humorig unterwegs ist. Immer noch unterwegs ist. Aber vielleicht machen wir von denen irgendwann mal was oder reden mal länger. Egal. Jedenfalls, äh, es ist ja auch ungefähr die gleiche Zeit. Und die waren ja auch in den 80ern aktiv sehr, äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, ähm, genau. Also diese Sounds, nicht unbedingt mein Ding. Aber nach mehrmaligem Hören des Albums, und ich hab es verdammt oft gehört. Ich hab es wirklich jeden Tag, und weil's nicht so wahnsinnig von der Dauer her lang ist, muss ich sagen, an vielen Tagen auch mehrmals durchhören können. Und es wurde von Mal zu Mal schöner und besser. Und durch diese Sounds, die sich ja nur durch alle Songs ziehen, in sich stimmiger und, und, äh, wie sagt man, konsistenter oder, äh, homogener. Entschuldigung, ich muss halt lachen, wegen des, wegen des kleinen Einspielers von dem letzten, im letzten Podcast. Ultrahomogen. Nein, wirklich sehr, sehr schön. Nee, extreme Homogenität! Ja, genau so. Ja, aber haben sie wirklich erreicht. Und das, obwohl es, äh, ja, insgesamt auch, äh, ziemlich unterschiedliche Songs, Songstrukturen, Sounds und so weiter sind. Aber es kommt vieles aus einer, mal ja, aus der Trickkiste, die eben damals verfügbar war. Und man merkt diese, diese Zusammengehörigkeit. Und man merkt, dass bei den Songs an nichts gespart wurde, dass überall mit absoluter Ernsthaftigkeit und toller Professionalität gearbeitet wurde. Und es hat mich wirklich, wirklich schwer begeistert. Was man halt wirklich merkt, das sind alles Profimusiker, es sind, ähm, in der DDR war es ziemlich Usus, dass du, wenn du Musik professionell betreiben wolltest, also wenn du dafür bezahlt werden wolltest, äh, hast du eigentlich immer ein Musikstudium vorher gemacht. Mhm. In diesem Fall muss man sagen, Tamara Dance nicht, die ist da irgendwie quer eingestiegen. Und du hast als Band oder als, äh, Kulturschaffender, äh, eine Einstufung gemacht, ob du denn und in welchem Umfang du mit deiner Kunst, mit deinem, mit deiner Musik oder was auch immer, Geld verdienen durftest. Ja, also du konntest, es konnte sein, dass dir einfach eine Freigabe für öffentliche Auftritte verwehrt blieb. Dann konntest du es zwar immer noch als Hobby machen, aber durftest damit nicht mehr unbedingt auf Bühnen auftreten, ne? Ja, und Geld verdienen eben schon gar nicht, denke ich mal, ne? Ja, das sowieso nicht, ne? Und jetzt darf man auch nicht vergessen, äh, das war ein Staat, der hat dich halt über, äh, verschiedene Organe, nicht zuletzt über deine, die, jeder konnte ja ein Spitzel sein, über deine Nachbarn oder was auch immer, deine Freunde, Bekannte, äh, jeder hätte jemand sein können, der dich unter das Auge und unter das Ohr nimmt und, äh, dann berichtet dem nächsten, nächsten Stasi-Mitarbeiter. Was hältst du eigentlich von dem Film Das Leben der Anderen? Ist ein toller Film. Habe ich nur einmal gesehen, ist lange her. Genau, ich auch nur einmal. Äh, aber der war, äh, ergreifend und, äh, sicherlich nicht allzu weit weg von der Wahrheit. Also, klar, ist natürlich ein Film, das heißt, es ist ein bisschen dramaturgisiert, aber, oder dramatisiert heißt das dann? Sowohl als auch. Ja, aber, äh, toller Film, gute Schauspieler, äh, war einer der ersten Filme mit, die mich davon überzeugt haben, dass nicht alles, was filmisch, filmisch aus dem, äh, aus dem, äh, aus Deutschland kommt, doof sei, doof ist. Ich hab leider zu, es ist bei mir auch sehr, sehr lange her, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, also war ich mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, den anzupreisen, aber für alle Leute, die das gerne vertiefen möchten, die gerne was wissen möchten über, über dieses Lebensgefühl mit, äh, dieser Staatssicherheit, mit der, mit dieser Überwachung durch Staatsorgane und eben auch Bespitzelung durch Nachbarn, von denen man nicht weiß, dass sie vielleicht Staatsorgane sind. Es war auf jeden Fall eindrücklich, daran kann ich mich erinnern. Also, vielleicht mal angucken, wer Interesse dran hat und dann zum Beispiel in der Schule auspacken als Referat. Also, äh, da muss man sagen, gibt's ein paar Filme, die da, glaube ich, ganz gut für sind. Ich denke mal, der Gundermann-Film wird auch in die Richtung gehen, zumindest teilweise. Mhm. Wer so ein bisschen wissen will, wie es in der DDR mit den ganzen Staatsorganen und sowas war, äh, dem kann ich den Film Spur der Steine auch empfehlen. Es war eher ein Film über eine Baustelle, äh, oder beziehungsweise einen Bauarbeiter, aber, äh, gespielt von einem grandiosen Manfred Krug. Oh, ja. Wirklich ganz, ganz toller Film, schwarz-weiß, der damals, äh, in der DDR gedreht worden ist und dann tatsächlich auch, äh, zensiert, beziehungsweise halt komplett verboten worden ist, weil er einfach zu nah an der Wahrheit war. Mhm. Des Weiteren halt, äh, Gundermann hatte ich gerade schon gesagt und irgendwas hatte ich noch. Ach genau, wenn ihr irgendwo in irgendeiner, ich hab's leider noch nicht gefunden irgendwo, aber wenn ihr die Chance habt, den Dokumentarfilm Flüstern und Schreien zu sehen, den haben Julian und ich jetzt auch in der Vorbereitung gesehen, ich hatte den hier als, äh, als DVD. Mhm. Das ist auch ein ganz toller Film, der zeigt, wie die Bands, wie unterschiedlich die Rockbands einerseits waren, die damals so durch die DDR getingelt sind und, äh, es war auch, es spielt auch in der Zeit kurz nachdem, Bataillon d'Amour aufgenommen worden war und die Band schon dann, also Silly schon mit, äh, Uwe Hassbecker und, äh, Jackie Resnitz, äh, durch die, äh, Lande getort ist und dann waren noch andere Bands dabei, wie Feeling B, die quasi die Vorgängerband von Rammstein sind. Mhm. Wer war da noch? Da war da noch jemand. Ach ja, äh, Chico Reh mit ihrem Freundsänger Dirk Zöllner. Dirk Zöllner ist immer noch mit Die Zöllner unterwegs, nach wie vor. Ja. Der wird jetzt demnächst 58. Ähm, Chico Reh haben sich, äh, die haben übrigens, äh, den, den Dirk Zöllner, also Scholle, äh, haben sie rausgeschmissen und kurz danach waren sie dann nicht mehr da. Wurde sie keiner mehr haben. Naja, Pech gehabt. Ja, ja, manch einer, aber das, das ist der Sänger, ne? Wenn man den Sänger feuert und, äh, statt Bruce Dickinson so ein Schwein, ist er schon gut. Ja, 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 ja. Ja, vor allen Dingen, wenn es halt, wenn es halt einer ist, der schwer zu ersetzen ist, ne? Also auf jeden Fall. Und ich glaube, genau wie du gerade sagtest, ne? Also da gibt es nicht so viele, die singen können und auch auf der Bühne so wirken wie ein Dirk Zöllner, äh, gerade wenn du nicht so viel Auswahl hast, weil du in so einer verdammten kleinen DDR steckst, ne? Ja. Naja, und ich glaube, er hat ja auch eine Menge kreativen Input gehabt. Absolut, ja. Also wirkte so jedenfalls. Aber nichts, nichts gegen Chico Reh, äh, ich kenne zumindest einen davon, äh, recht gut. Ich habe zwar lange keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt, aber der Keyboarder von denen hat damals, äh, zwei Alben von Musics produziert, nämlich Heute wie Neu, welches sich mit Ostrock-Covern beschäftigt hat. Äh, sehr, sehr geiles Album, aber ich glaube, das kann man gerade nirgendwo hören. Also wer nicht gerade die CD zu Hause hat, kann sie sich jetzt nicht anhören. Und, äh, Heute wie Neu, die man überall hören kann, wenn man einen Bock drauf hat. Das kann ich euch empfehlen. Ich mag das Album nach wie vor. Der Typ, der das gemacht hat und der damals Keyboard bei Chico Reh gespielt hat und in dem Film auch immer zu sehen ist, aber er irgendwie sagt ja nie was, das ist ganz lustig, das finde ich im Bild, aber er sagt nie was, äh, ist André Kunze, ein ganz, ganz feiner, ganz feiner Mensch, der immer noch ganz, ganz viele Platten und Alben produziert, ja. Genau, aber wir waren bei Bataillon Namur, mein Freund. Ja, entschuldige, ich, weil ich aber auch, das fiel mir auch alles so ein, ähm, ja, aber ich habe im Grunde meine Eindrücke dazu geschildert, ähm, habe schon gesagt, toller Text, obwohl der mich zuerst so ein bisschen, war auch erstmal ein bisschen schwer einzuordnen. Worum geht's denn eigentlich? Und ich glaube, das lasse ich mir von dir jetzt einfach nochmal erklären. Ja, na, es geht, äh, in diesem Titel viel darum, um, äh, Flucht in die Liebe, auch Flucht in die körperliche Liebe und das halt auch schon oder gerade halt im Teenager-Alter und auch im frühen Teenager-Alter, also es geht halt los, äh, es geht darum, dass die Protagonistin oder die, die, die Beobachterin, besser gesagt, die, die Sängerin sieht, äh, läuft durch die Stadt und sieht halt unter anderem ein, äh, junges Mädchen, welches sie erkennt und sie weiß, die ist gerade mal so um die 13 Jahre alt, aber, äh, es geht schon los, sie, äh, flüchtet sich, sie flieht schon in die Liebe. Sie beobachtet halt auch, wie dann da Zeitlichkeiten mit einem Jungen ausgetauscht werden. Ähm, wenn man das sehr, sehr oberflächlich betrachtet, könnte man vermuten, dass es hier um, was weiß ich, Kinderpornografie oder Ähnliches geht oder um, um Missbrauch. Den Gedanken habe ich relativ schnell wieder verworfen, denn es ist wirklich eher so ein Entdecken, glaube ich, der eigenen Körperlichkeit und der eigenen Lust und auch dieses Eskapismus-Ding, ne, dass du versuchst, aus den Umständen, die ja gerade in der DDR, was Freizeit und Freiheit anging oder Freizügigkeit auch anging, äh, damit meine ich jetzt nicht die, äh, körperliche Freizügigkeit, sondern die war ja vorhanden, sondern eher die, ähm, dass du nicht frei reisen konntest oder sowas, gegeben, ja, oder nicht gegeben. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen, äh, Leberwurst. Wir müssen ja auch eigentlich gar nicht. Das ist halt bezeichnend ein bisschen für Silly, das ist keine Musik, die man sich anmacht und sich dann berieseln lässt, kann man auch, weil es handwerklich gut gemacht ist, also man kann es auch einfach nur so nebenbei hören, aber wenn man auch nur mit einem halben Ohr zuhört, merkt man relativ schnell, hey, das halbe Ohr reicht nicht, ich möchte eigentlich ganz zuhören, ne? Ja, gerade diese Texte und, also, wollte auch nochmal auf den, den Herrn Karma dem nochmal, äh, virtuell auf die Schulter klopfen, also die Texte auf dem gesamten Album, wow. Ja, ja, da ist wirklich wenig, äh, weniges dabei, wo ich sage, das ist ein bisschen schwächer jetzt. Es ist halt auch immer so geschrieben, dass man einerseits kann man darin so viele geheime Botschaften finden, wie man nur möchte, andererseits kann man es irgendwie alles auf sich selbst runterbrechen, äh, man entdeckt sich irgendwie immer wieder, ist ziemlich, ziemlich geil, ne? Gerade auch bei Bataillon Damur, wo ich vorhin meinte, das ist auch handwerklich halt einfach gut gemacht. Man hat das Gefühl, es ist richtig viel los in den Instrumenten, aber gleichzeitig auch hat alles seinen Platz, ne? Also es ist nicht, es ist schön aufgeräumt, es ist, ja, genau. Und eben irgendwie, obwohl eben die Songs so unterschiedlich sind, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, sind, äh, ist da eine, eine Atmosphäre, ist da eine, eine Dichte aneinander, eine, eine Stimmigkeit untereinander, unter den Songs, ein Zusammengehören, ein Zusammenpassen, man überlegt irgendwie so ein bisschen, vielleicht aber auch lag das mir, äh, auf dem Hirn so ein bisschen rum, weil ich dann irgendwann mitbekommen habe, dass das alles der gleiche Text da war und, äh, das vielleicht alles in einem Wurf oder so gemacht wurde, ob das ein Konzeptalbum ist, aber eben ist es wohl nicht, ne? Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben ein paar Texte vorgelegt bekommen und haben sich dann die rausgesucht, die ihnen gefallen haben. Ich denke, das hat eher so funktioniert, nicht andersrum. Also jedenfalls starke Stück. Schöne Melodien auch wirklich, schöne, ähm, Gesangslines und, ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, gibt es schon im ersten Song auch Stellen, wo sich doch, ja klar, äh, die, äh, Tamara Danz allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach, äh, selbst die Backings eingesungen hat noch dazu, was unheimlich cool ist, weil sie schon eine sehr, sehr ausdrucksstarke und sehr einzigartige Stimme hat. Muss ich auch wieder sagen, ich bin eigentlich kein so Fan von so singenden Rabenstimmen bei Frauen insbesondere, aber das ist wirklich, sie ist, macht das so abwechslungsreich und ausdrucksstark und gerade in diesen Backing Stellen, die, ähm, immer so ein bisschen, na, mit so einer gewissen Lachsheit eingesungen sind, möchte ich fast sagen, ne? Also so ein bisschen locker vorm Hocker mit klitzekleinen Unreinheiten, aber nie so, dass man sagen würde, das ist jetzt aber irgendwie schlecht gemacht oder sowas, sondern es hat immer alles einen totalen, äh, einen Drive und hat einen, hat, na, wie sagt man, wenn ich jetzt nochmal, wenn ich jetzt Flair sage, habe ich noch einen Fanport untergebracht, aber das will ich gar nicht. Es hat irgendwie immer was, irgendwas hat es immer. Es hat so dieses Glitzern, ne? Es hat dieses, dieses besondere, ähm, die Stimme ist irgendwie kaputt, aber sie weiß damit perfekt umzugehen. Sie, ähm, damit meine ich nicht mal irgendwie, dass sie die Töne trifft, sondern sie, äh, hat es total drauf, eine Emotionalität zu, die darüber zu tragen und zu sagen, hier, bitteschön, so, so fühle ich mich gerade, mach damit, was du willst, aber das ist das, was ich, was ich gerade in diesem Augenblick im Herzen trage. Ja. Ja, das ist ziemlich großartig. Interessant ist auch, ähm, wie Instrumente gespielt werden teilweise. Also, äh, gerade das Schlagzeug, worauf ich immer mit, äh, viel Freude achte, hat, äh, interessante Sachen und, äh, in dem Fall, äh, muss ich sagen, wir haben den Titel damals mit Musics Live aufgeführt und, äh, auf dem Album habe ich zwar das Schlagzeug nicht eingebeatboxt, aber ich durfte es dann live machen, weil dann der Beatboxer das, äh, Solo gesungen hat. Mhm. Das war gar nicht so leicht. Mhm. Da ist nämlich eine vorgezogene, äh, Snaredrum, also die mit dem Fell unten drunter, die so P-Kling. Mhm. Und die, das muss man erstmal, wenn man immer gewohnt ist, nur so P-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- mich in den Wahnsinn getrieben. Da habe ich bestimmt, also da habe ich zwei Wochen lang unter der Dusche nichts anderes gemacht, als nur gebeatboxen und das irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, unsere Wasserrechnung war noch nicht so hoch wie zu diesem Zeitpunkt. Okay, cool. Ja, aber ja, kann man auch, also auch ohne Neid zugeben, der Schlagzeuger war auch vorm Amt. Ja, absolut. Der hat richtig abgeliefert. Der hat halt teilweise die Musik mit den Schlagzeugelementen unterstützt durch weitere Bilder, die es malt, das Schlagzeug. Was ich auch so in der Form selten gehört habe, zumindest. Kommen wir dann in Titel 4 dazu. Ja, ich hätte jetzt auch sonst zu Titel 1 eigentlich tatsächlich nichts mehr zu sagen. Nee, ich bin auch erstmal durch. Dann könnten wir ja eigentlich zu Titel 2 kommen. Könnten wir ja eigentlich zu Titel 2 kommen. Auch ein Titel, der ganz gut in unser Thema Starke Frauen passt, finde ich. Und zwar ist das Josef und Maria. Das hast du aus dem Text gezogen oder überhaupt von dem Titel gehalten. Na, zuerst mal immer das, was plakativ oder was direkt aufs Gesicht zu rauskommt, ist ja diese Situation in der Bar. Sie erzählt, also die Erzählerin, die sitzt an der Bar und es kommt ein kleiner Mann zu ihr und der quatscht sie halt von der Seite an. Kommt ein kleiner Mann zu mir, der sagt, er mag mein Haar. Moment, mein kleines Dickerlein, da legt er mir die Hand aufs Bein. Das lässt du sein. Ja. Das ist auch eine typische Situation eigentlich, leider, die viele Frauen immer noch erleben müssen, dass sie, dass irgendjemand zu ihnen kommt und sagt, nee, na, da ist Eddie wieder, hey, na, wie wäre es denn, wenn man mit uns zwei und gleich irgendwie anpackt oder sowas, ne? Ja, also erstmal, ja. Schade, dass, dass man nicht erstmal miteinander klarkommen kann, bevor man körperlich wird. Ich finde halt gut getroffen, weil aber auch wahrscheinlich von einem Mann geschrieben, der Text ist tatsächlich, wie angesprochen wird, denn es wird ja sofort erstmal auf eine Äußerlichkeit eingegangen. Ja. Ja. Ich mag deine Haare und jetzt und so. Ähm, genau. Also das, was ich soweit noch verstehen kann, weil, äh, du kennst die Person noch nicht, du kannst schlecht was zu ihrem Inneren sagen, aber, ja, völlig ist, ja, da hast du völlig recht. Ich möchte das nicht, ich möchte das jetzt nicht, äh, verteidigen, aber ehrlich gesagt, wenn ich in der Bar jemanden ansprechen würde, was ich mich nicht traue und außerdem auch nicht mehr nötig habe, ähm, wüsste ich erstmal nicht, wie ich anders ins Gespräch einsteigen sollte, außer die Person ewig vorher beobachten und gucken, was die eventuell so machen könnte, was auch ein bisschen creepy ist, irgendwie. Hm. Stimmt, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich bin da auch, also mindestens absolut aus der Übung. Ähm, ich war, ich war da auch noch nie gut drin. Ich glaube, man sollte sich schon überlegen, ob man den, wen auch immer man da begehrt, an Innerbar, ja, auf sein Äußeres zuallererst anspricht oder ob man nicht versucht, irgendein Thema zu finden, über das man sonst irgendwie ins Gespräch kommt. Sag mal so, es kommt ein bisschen drauf an, wenn sie die ganze Zeit am Duckface machen und in ihr Handy fotografieren ist, äh, dann könnte man vielleicht auch mit dem Äußeren erst mal anfangen. Das könnte man, aber, ähm, ich glaube, dazu hätte ich keine Lust dann. Ja, das glaube ich auch nicht. Und auch das war wieder ein Klischee und es tut mir sehr, sehr leid, dass ich das gerade gesagt habe. Auch, äh, Männer sind eitel und machen so eine Scheiße. Tut mir leid. Selbstverständlich, ja. So, also das war das, was, was als erstes inhaltlich mir, mir eindrücklich wurde. Ähm, was passiert da noch? Naja, irgendwann geht es dann so, ähm, so ein bisschen um die Bibel, beziehungsweise um die Bibelgeschichte, um die Eltern von Jesus, nicht wahr? Maria und Josef heißen die ja nun mal. Naja, der Josef ist aber nicht der, der älter von, von Jesus. Also möchte ich mich jetzt mal... Nee, ist er nicht wirklich. Er ist nur der, der Stiefpapi. So. Ähm, aber ja, irgendwie sind es halt die, ist es halt das Paar, das Jesus aufzieht. Ja. Da gibt es ja dann auch noch nachher so ein, auch seitens der, der Sängerin ein leichtes Missverständnis, wenn sie dann zu Josef sagt, also sie selbst gibt sich da als Maria aus, deswegen kommen wir überhaupt nur diesen Namen zustande. Ja. Äh, wenn sie dann zu Josef sagt, eines ist mir sicher, wir zeugen keinen Sohn, der eine kleine Jesus am Kreuz, der reicht mir schon. Und natürlich zeugen die keinen Sohn, denn Maria und Josef haben ja auch jedenfalls nicht Jesus gezeugt. Ja. Aber, äh, Josef versteht den Wink nie so richtig und sagt, nee, ich hab schon zu viele Sabbat auf die Bar, ne? Sabbat und Sabbat auf die Bar. Auf. Übrigens eine tolle Stelle und ein toller Einspieler von, von der Sängerin wieder, von Tamara Danz wieder. Es ist so, so schön genauso wie man es, wenn man, wenn man es erzählt bekommen würde, so hat sie es da eingesprochen. Und Sabbat auf die Bar. Ja, ja, so mit Augen drehen, so oh. Es geht ja auch schon damit los, dass er, er sie halt anpackt und sie ihn erstmal von der Kante schubst, ne, vom Stuhl schubst. Und er schläft wieder auf und stellt erstmal zwei Whisky. Übrigens, ich hab mir den Text angeguckt. Whisky, W-I-S-K-I. Wow. Fand ich geil. Fand ich einfach geil. Aber du schreibst, du kannst, du darfst dich nicht beschweren, du schreibst das noch mit SZ. So. Das tue ich. Dann, äh, kommen die auch und, und, und sie kippt dann erstmal, äh, das Getränk wo rein? In seinen Napperhut. Richtig. Ich hab den Text mir nämlich an vielen, vielen Stellen rausgegeben. Ich hab auch große Verständnisschwierigkeiten gehabt, aber ja. Richtig, jetzt du. Ich hab, ich hab nämlich erstmal immer Nachbarhut verstanden. Was ist denn ein Nachbarhut? Und kippt den in seinen Nachbarhut. Was? Das, das war so ein Ding in der DDR. Der Nachbarhut, das war so ein Karrier. Den hab ich mir geliehen, ey, von meinem Nachbarn. Den kannst du jetzt doch nicht mit Whisky beschmutzen. Nein, ein Napperhut. Ich vermute, das ist so eine Art Lederhut, oder? Das ist ein Lederhut. Ja, Napperleder ist Leder, ja. Napperleder ist Leder? Tatsächlich. Ja, verrückt. Aus, ähm, aus Leder. Du wolltest was sagen? Ja, es ist mir gerade entfallen. Ja, aber dann sag ich schnell, dann sag ich schnell, dass ich im Refrain sehr, sehr geil finde, wie halt wie der Tamara mit sich selber einen Chor bildet und Josef und Maria singt. Und das sogar einmal so gerade, wie du es gerade gemacht hast, also natürlich mit ein bisschen Vibrator und so weiter und einmal mit Josef und Maria mit diesem schönen Wink, Wink, Wink drin. Ja, ja, ja. Und das auch wunderbar im Chor. Hast du, genau. Hast du recht. Ich weiß immer noch nicht, was ich noch sagen wollte. Napperhut und Whisky. Ähm, doch irgendwas wollte ich noch zu der Geschichte. Wir haben ja jetzt drüber gesprochen, worum es ganz äußerlich geht und ich will noch ganz kurz da anknüpfen, wie wir vielleicht in unterschwelligere Themen vordringen, dass das allererste, was einem bei dem Stück natürlich auffällt, das Intro ist. Und, äh, von dem Intro war ich, nach dem Song eins mich mit etwas schwer zu genießenden, oder für mich schwer zu genießenden Sounds ein bisschen weniger angeturnt hat, sag ich mal, ähm, okay. Gibt es bei dem zweiten nun plötzlich ein richtig schön fettes, verzerrtes E-Gitarren-Intro. Ja, das kann, das haben, das haben wir heute schon mal gehört, oder? Kann das sein? Mhm, genau, das haben wir vorhin eingangs, hab ich das mal eingedudelt. Ähm, gut, dass du das sagst, denn jedes, das ist so eins von diesen Intros, was einem, äh, vorgaukelt, das ist eine andere, dass die eins wo anders wäre, als sie ist. Richtig. Was aber, glaube ich, in dem Fall der Aufnahmetechnik geschuldet ist, ich glaube, die Musiker sind in der Lage, das darzustellen, auch mit einer verzerrten, äh, E-Gitarre. Ich glaube, das liegt irgendwie in... Hä? Ich verstehe deine Aussage nicht. Warum sollten sie denn dazu nicht in der Lage sein? Ich glaube, ich glaube, dass es da ist, irgendwas nicht so, konnte irgendwas nicht so abgebildet werden. Ich hätte mir, ich glaube, die hätten es so gespielt, dass man die eins erkennen hätte können. Nee, 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 das ging doch nur mit dem Riff los, und dann setzt das Schlagzeug ein, und man denkt halt, dadurch, dass das Riff nicht auf der eins, sondern auf der vier und oder so anfängt, denkt man halt, die eins wäre aber die vier und. Und erst, wenn das Schlagzeug einsetzt, und dadurch die eins klar markiert, weiß man, ach, da ist die eins. Das stimmt bei der Aufnahme auf jeden Fall, aber ich hätte gedacht, dass die das vielleicht auch... Ich bin mir sicher, dass die das live auch so gemacht haben. Na gut, wenn du dir sicher bist, dann... Ja, also das ist kein Zufall, das ist nicht aus Versehen passiert. Umso besser der Effekt ist nämlich trotzdem toll. Ja, genau, finde ich nämlich auch. Das ist total spannend. Aber ich bin dir total ins Wort gefallen. War das das, was du sagen wolltest, oder... Ähm, das war eins von den Dingen, die ich sagen wollte. Jedenfalls, ähm, nachdem ich eben den vorderen, den Anfang des vorderen Stückes, des ersten Stückes, nicht so berauschend fand, nicht so super berauschend fand, fand ich diesen dafür sehr, sehr vielversprechend. Und, ähm, wenn ich mir auch inhaltlich was anderes vorgestellt habe, weil ich überhaupt keine Vorstellung hatte und mit so einem schönen rockigen Riff das losging, ähm, so war es doch einfach ein schönes Stück richtig Rockmusik. Ja. Ja, das war's. Redet er sich im Kopf und Kragen. Nee, finde ich gut. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte den Song halt vorher auch gar nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich hab das Album zwar vorgeschlagen und ich hab's auch ausgesucht. Andersrum, ich hab's ausgesucht und auch vorgeschlagen. So, so. Aber ich kannte es vorher nur in Stücken. Also, ich kannte einige Teile davon. Ich kannte halt, äh, Batalona Moore, ich kannte Schlo Weißer Tag, Dein Kabarett ist tot, kannte ich. Mhm. Äh, PS kannte ich. Das war auch der Grund, warum ich's ausgesucht hatte. Ich hatte, nachdem wir das Thema, ähm, starke Frauen festgelegt hatten, beziehungsweise du's festgelegt hattest, was ich total, ne sehr, sehr gute Wahl fand, nochmal, Julian. Echt, sehr, sehr gut gemacht. Fört mich. Habe ich erst mal geschwankt zwischen, äh, anderen Personen, wie Alanis Morissette und Taylor Swift. Krass. Habe ich beispielsweise überlegt, ob ich eine von den beiden nehme. Und dann irgendwann ist mir aufgegangen, Mensch, Tamara Dance. Perfekt. Das ist genau die Person, die ich gesucht habe. Einfach eine geile Stimme, ein rockiges Album, ähm, und hab's dann ausgesucht, hab ein bisschen so reingehört, äh, nehm ich das oder das oder das Album, hab dann gesagt, okay, Batalona Moore ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Titel, den diese Band jeweils geschrieben hat, äh, wurde auch gecovert. Das heißt, es werden auch ein paar mehr Leute noch kennen, ne? Ja. Deswegen kenne ich tatsächlich von diesem Album halt vielleicht die Hälfte der Songs. Und diesen Song kannte ich halt auch nicht. Und ich muss auch sagen, ich fand den am Anfang noch nicht so geil. Ich hab's dann auch zwar gleich gedacht, so, oh, das passt aber gut ins Thema. Aber das ist so ein Song gewesen, an den musste ich mich erst reinhören. Aber inzwischen, äh, habe ich auch das geschafft. So, jetzt bin ich dir wieder ins Wort gefallen, aber, äh, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich, äh, eigentlich bist du mir nicht ins Wort gefallen, aber ich könnte jetzt noch anfügen, dass mich, also, dass ich einen schnellen Zugang zu dem Song hatte, weil mich die Gitarre eben sofort verführt hat. Hm. Am Anfang. Hm. Da springe ich drauf. Es ist ganz klischee-mäßig bei mir, da springe ich drauf an. Wenn's irgendwie verzerrt ist und, äh, ja, dann, dann mag ich's. Na, ist doch super. Äh, hast du sonst noch irgendwas zu dem Song? Ähm, nee, mich interessiert, ähm, ob du, ähm, es gibt ja bei, ich denke, bei allen Songs, äh, auf diesem Album gibt es ja eben diese eindeutige, ähm, Ebene, die man sofort eben erkennt vom Textinhalt her und es gibt vielleicht unterschwellige Botschaften und vielleicht, hast du da was? Ja, mir war was aufgefallen und das Ding ist halt, man kann da in alles rein interpretieren, interpretieren, wenn man nur möchte. Das hat er, äh, hätte ich da ja möglichst offen gelassen und ich glaube, er hat sich da auch selten mal zu ausgelassen. Irgendwas hatte ich da. Ich müsste mir da erst den Text wieder vergegenwärtigen. Lass mich kurz nachdenken. Denk du mal nach. Ich möchte noch ganz kurz noch was in den Raum stellen. Ja, bitte. Ja. Und zwar, äh, diese Kiste mit der Bibel. Ja. Das ist ja auch sowas, was vielleicht einige Leute heute nicht mehr so wissen, dass in der DDR, äh, Religion eine eigentlich nicht so populäre Geschichte war. Jedenfalls nicht nach, äh, Staatskonformität. Ja. Das schon mal in den Text zu packen und darüber, sagen wir mal, zumindest zu philosophieren, ist ja schon mal so ein bisschen, bisschen frech vielleicht. Das ist richtig, ja. Tatsächlich ist das, äh, in der DDR schon nicht normal gewesen, dass man religiös war. Das war einfach nicht gern gesehen. Das hat dir auch Chancen verstellt, wenn du in irgendeiner Form religiös warst und noch schlimmer, wenn du natürlich, äh, sogar noch Priester oder sowas warst, dann warst du ganz auf dem Kieker. Ja. Und, ähm, ja, das fand ich eben auf der einen Seite, naja, jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend, weil es ist natürlich kein Fauxpas, darüber zu singen, dass es, dass in der Bibel irgendwas steht. Oder dass Personen auftauchen, die auch in der Bibel auftauchen oder Namen auftauchen dort. Trotzdem fiel es mir eben auf und ich musste an diesen, an diese Umstände halt denken. Und dann kommt ja noch von der Erzählerin, die sich hier Maria nennt, die, äh, kommen noch die Worte, lass stecken, Josef, ich bin nicht bibelfest. Erklärt aber kurz darauf eben, dass ihr der eine Jesus am Kreuz reicht. Also irgendwie, sag man, in diesem Fall vielleicht ein gesundes Halbwissen über die Bibel. Reicht zumindest für die Situation aus, auch um schlagfertig zu antworten auf die Avancen von dem Josef. Aber verstehst du das Ende? Als ich nach Hause komme und in den Spiegel schaue, brennt in Marias Haaren schon wieder so ein Grau. Tja, weiß nicht. Da könnte man jetzt viel philosophieren, ob das irgendwie eine Anspielung auf den Heiligenschein ist, ob das darum geht, dass man aufgrund von blöden Anmachen auch altert, weil halt grau, die Haare grau werden. Ja, zumindest, zumindest, dass das schon langsam, langseitig wird und so ein Bart hat. Möglicherweise, ja. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach in diesem Fall mal nicht so ein tiefgründiges Ding und es ist einfach mal ein Kommentar darauf, dass Frauen sich jetzt langsam emanzipieren und sich von Männern nicht mehr mit jedem dummen Spruch anmachen lassen. Du, vielleicht ist es auch einfach die direkt, deswegen war vielleicht die Bibel auch nötig, weil das Frauenbild aus der Bibel zitiert wird. Das mag ich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Geht mir gerade in dieser Sekunde auf. So, und wir haben wieder einen Gast bei uns im Studio. dieser Gast heißt Marlin und sie sagt Hallo. Hey Kinder, da bin ich wieder, Krusty, der Clown. Oh, das war laut. Ich glaube auch. Tatsächlich bin ich gerade bei Episode 2 an der Stelle gewesen, wo ich auch vorbeigelaufen bin. Ja, Marlin hört jetzt endlich auch den Podcast. Sie muss sich nämlich vorbereiten auf nächste Woche, damit sie weiß, auf was sie sich einlässt. Sie hat ein bisschen Angst, weil sie denkt, es wird vielleicht nicht so lustig. Das bezweifle ich allerdings. Das bezweifle ich auch sehr. Wenn ich die ganze Zeit Krusty der Clown bin, dann wird das bestimmt super lustig. Oh Gott. Geh mal rauchen. Geh mal rauchen. Also das hätte Krusty jetzt gesagt. Oh ja. Geh natürlich Brust und Schnapp. Natürlich. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Ich hätte Krusty nicht eher was anderes als, nein, was soll's. Jo, aber ich denke, also sehr gute These, das mag ich, hörst du das quietschen? Das ist die Balkontür. Die These, die... In letzter Sekunde aus dem Ärmel geschüttelt. Die These fand ich richtig gut. Die hat mir gut gefallen. Die nehmen wir so, die übernehmen wir, bevor der Tag noch älter wird und richtig schloweiß sozusagen. Wundervoll. Wundervoll. Nein, nein, nein. Die lassen wir so stehen, aber nein, nein, nein. Also schloweißer Tag. Ich möchte sagen, ist ein Song, den fand ich früher so... Anders, ich habe ihn nicht verstanden. Deswegen fand ich ihn ein bisschen langweilig. Ist inzwischen zu einem meiner Lieblingssongs avanciert. Also tolles, ganz tolles Lied. Richtig geiler Text. Musikalisch auch geil, wie der halt von so ganz, ganz runtergebrochen und einfach und sippelt mit wenigen Akkorden und ein bisschen gegniedelt. Im Hintergrund da. Und einem ganz reduzierten Schlagzeug auch halt dann immer übergeht in diesen Refrain. schloweißer Tag. Oh, und Schrammel und Geil. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Gitarrensolo, wenn ich mich recht ins Lernen bin. Und wenn ich dann gleich hier wieder so ein bisschen mich ausbreiten darf. Gitarrensoli auf diesem Album sind durch die Wand, durch die Bank. Gitarrensoli sind durch die Wand. Ja. Auch ein bisschen. Ne, die sind durch die Bank, wie alles auf diesem Album, wirklich toll eingespielt, klingen super, sind melodisch schön, sind songdienlich, nicht überladen. Und, aber nicht sehr memorabel, muss man trotzdem sagen. Heißt also, hier ist nicht so der der Solo-Gitarristen-Kult, wie es eben in der Rockmusik sonst überall auf der Welt zu der Zeit war. Aber, aber trotzdem ein guter Gitarrist. Naja, sagen wir mal in der westlichen Welt, ne? Du musst die DDR durchaus eher zum Ausblock zählen. Oder so, ja, genau. Ja, aber durchaus trotzdem, obwohl es eben noch nicht der Hassberger ist, der ja wirklich auch ein grandioser Gitarrist zu sein scheint, was ich bisher von ihm mitbekommen habe. Aber trotzdem auch ein sehr guter, der hier war. Und auch tolle Sounds kreiert hat, tolle Sachen, mit der Gitarre angestellt hat. Und ehrlich gesagt, wo ich nie weiß, wo fängt das Studio an, wo hört der Gitarrist auf. Ich finde es unheimlich schwer, die vielen Flageolette-Geschichten, also Flageolette ist eine bestimmte Spielart, man schlägt die Seiten mit, man erzeugt Obertöne auf der Gitarre. Ich mach das kurz. Also mit anderen Worten, du drückst, du drückst die Seite nicht ganz runter, sondern du legst den Finger nur auf die Seite und lässt sie quasi anders schwingen, als wenn du die Seite komplett runterdrücken würdest. Genau. Gerne geschehen. Das gibt so einen etwas schillernden, danke sehr, so einen etwas schillernden Ton und damit spielt er an vielen Stellen ganz spannend und macht da irrsinnige Verbindungen von Tönen draus, die ich einfach schwer nachzuspielen finde. Deswegen versuche ich es heute auch gar nicht mal erst. Aber Solo in diesem Stück auch ebenfalls sehr, sehr schön. Auch was die Gitarren da sonst treiben, ist sehr hübsch. Ich habe festgestellt, dass am Anfang die Gitarre, die da begleitet, entweder gar nicht die Gitarre ist, sondern der Bass oder aber eine Gitarre ist, die deutlich runtergestimmt ist. Okay. Denn die geht runter bis aufs große D. Ah, du meinst das erste Mal die Gitarre schon verzerrt auch einsetzt, nachdem D noch ein Slide nach unten stattfindet, sprich also noch mehr Raum nach unten ist. Das heißt, es könnte entweder vom Bass eingespielt worden sein, auch mit Verzerrer, das ist möglich, oder da hat jemand... Zweistimmig auch, ne? Hm? Ist auch zweistimmig. Dreistimmig. Ach, dreistimmig, wie gesagt? Ich glaube sogar drei. Drei, drei Stimmig. Also es ist Grundton, Quinte und nochmal Grundton obendrauf, glaube ich. Ja, gut. Ich habe es jedenfalls so eingespielt. Das kann man dann nachher wahrscheinlich nachhören. Wann denn? Wann sollen das nachzuhören sein? Na zum Beispiel, wenn du es reinschneidest. Na dann mach doch zum Beispiel, mach doch Ansagen und dann mach Pausen, damit ich das weiß, wo. Gut. Dann spielen wir doch jetzt hier einfach mal meinen Einspieler ein dazu. Mhm. Weil das so tief runter geht und so weiter, habe ich mich heute auch mal wieder für die Gitarre des Podcasts entschieden. Ah ja. Wie sagst du eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Das ist so klischee-mäßig, wenn Gitarristen viele Gitarren haben. Wie ehrlich? Wie flachst du? Ich weiß noch, ich habe auch... Da müsste ich jetzt nachdenken. Naja, grob. Eins, zwei, drei. Mehr als zehn? Ich glaube knapp unter zehn, acht oder neun. Ja, geht doch. Jedenfalls heute ist es eine siebenseitige Gitarre. Eine siebenseitige BC Ridge Warlock. Ein J-Modell aus den 2000er Jahren, soweit ich mich entsinne. Nichts wirklich Besonderes, aber eben siebenseitig. Das macht sie besonders. Und die siebte Seite ist eine tiefe H-Seite, die einfach noch unter die tiefste Seite von einer normalen Gitarre drunter geschnallt ist. Deswegen hatte ich dann diesen Raum nach unten, um auch diesen Slide noch mitzuspielen ein bisschen. Ganz am Ende. Genau. Und das wollte ich machen. Ich hatte keine Lust, meine anderen Gitarren so weit runterzustimmen, weil dann schlackern die Seiten so durch die Gegend. Und ich wollte außerdem für diese Aufnahmen, weil die Gitarren, also die da eingespielt wurden, scheinen tatsächlich irgendwie relativ moderne Instrumente zu sein. Keine Vintage oder sonst irgendwas. Klingt jedenfalls für mich nicht danach. Mag mich da täuschen, aber klingt für mich alles sehr modern für die Zeit. Und deswegen habe ich eben auch was genommen, was so ein bisschen, naja, nicht futuristisch, aber kein traditionelles Les Paul oder Stratto, Kasta oder sonst irgendwas Modell, sondern was anderes mal genommen habe. So, dieser kleine Exkurs zu Gitarren, genau wie du, sehe ich das auch als einen fantastischen Text mit, ach, die Art und Weise, wie der Herr Karma da gereimt hat. in Verbindung mit der Art und Weise, wie Tamara Danz das artikuliert und wie sie, ja, jedem Satz die passende Stimmung verleiht. Mit gereimt meinst du vermutlich nicht nur halt die Reime tatsächlich, sondern einfach auch die Bilder, die er mit Worten malt, oder? Das auch, aber ich meine auch tatsächlich wirklich, dass das reine Handwerkszeug, also die Reime an sich, was da aufeinander gereimt wird, Kompott, mein Gott, finde ich eine großartige Kiste. Ja, das ist einfach neben der, ja, es ist ja nicht so wirklich so ein lustiges Lied, ne? Also, ja, gar nicht. Aber doch, irgendwie auch schon, ne? Es zeigt so ein bisschen die Absurdität, die man so hat, wenn man so einen richtigen Gammeltag hat, wenn man einfach irgendwie zu Hause hängt, nichts mit sich anzufangen weiß, man ist irgendwie zu faul, um irgendwas zu machen, aber irgendwie muss man halt was machen und irgendwie ist man auch verstrahlt, weil man noch vom, man ist nur am Quarzen und das Bier ist alle und aber irgendwie ist man, braucht man Neues und ich rufe uns ein Taxi und schicke es nach Bier im Kühlschrank. Wo bin ich denn hier? Jawohl. Man könnte den Text, also das ist wirklich, das ist so gut geschrieben, finde ich, wenn man nur das Gehirn dazu hätte, man könnte das den ganzen Tag lang rezitieren. Es ist einfach ein toller, toller Text, man spricht ihn gerne aus sogar. Meine Lieblingszeit ist ja ja, absolut. Ist das schon bei Schweine? Ich glaube schon. Warte mal, jetzt müssen wir wieder kurz innehalten, damit das Gequietsche vorbei ist. Es ist vorbei, das Gequietsche. Es sind nur meine Gelenke, Entschuldigung. Ja, 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 es waren nur meine Gelenke. Malin, Applaus. Yeah. Oh Mann, ich dachte, jetzt kommt so ein... Nee, kommt nicht. Boah. Nicht mal dafür bin ich schlecht genug. Du kannst dir nächste Woche, nächstes Mal mehr Mühe geben. Was denn? Ich habe gerade erfahren, dass unsere reine Ratte einen Tumor hat. Oh. Chloe. Die wurde schon zweimal operiert. Dafür ist sie fit. Ja. Ist das die Schlaganfallratte? Nee, eben nicht. Ach, scheiße. Eben nicht. Es ist die, die immer noch fit ist, aber wie gesagt, die wurde auch schon zweimal operiert. Ich glaube, die gewöhnt sich da langsam dran. Das arme Ding. Gut. Wieder 100 Euro weg. Aber gut. Das ist es uns wert. Ja, absolut. So, ja. Meine absolute Lieblingszeile ist halt, Schweine aus Zigarettenpapier suhlen sich auf deiner Haut. Ich schaue aus dem Fenster, die Stadt ist schon da. Du fragst nach der Uhrzeit. Ich sage, ja. Ich schaue aus dem Fenster, die Stadt ist schon da, liebe ich einfach. Ja. Ich finde auch süß, ich fitte die Vögel ein gutes Werk mit Butterkeksen aus Radeberg. Weißt du übrigens, welche Firma das ist? Ich weiß das gar nicht. Das war eine Butterkeksfirma in Radeberg. Es ist genauso. Ja, aber vielleicht war das irgendeine namhafte. VEB Keks wahrscheinlich, keine Ahnung. VEB Süßgewäckkombinat. Ja, irgendwas sowas halt. Was ich an der Schweinestelle am tollsten finde, ist halt tatsächlich. Falls es dich interessiert, VEB steht für volkseigener Betrieb. Richtig. Also glaube ich dir. Und dann natürlich immer noch das liebevolle Neonröhre rührt Leister zu. Nur ich, nur ich und du. Das finde ich auch großartig. Entschuldigung, jetzt habe ich dir mal ins Wort gequatscht. Ja, alles gut. Du wolltest noch sagen, die Neonröhre rührt Leister zu und? Nur ich, nur ich und du. Ah, okay, das habe ich überblabbert. Und dann kommt dein Lieblingsend. Mein Lieblingsend. Jetzt wollte ich erst noch ganz kurz sagen, bei der Schweinestelle gefällt mir eben einfach ihre Stimme am besten. Weil sie nämlich nicht einfach nur Schweine sei, sondern Schweine. Oder sowas in der Art. Du übertreibst natürlich wieder maßlos in deiner jüngischen Art. Ja. Weil bei ihr klingt es nicht so kacke, sondern es klingt halt wirklich einfach geil nach so einer gebrochenen Stimme, die aber, ja, halt, ich habe echt gerade zwei Schachteln geraucht, das bin ich in Ruhe. Na gut, den einen Take singe ich noch, klingt. Ja, außerdem, meine Lieblingstextzeile ist wirklich die mit dem Kompott. Ja. Du öffnest dir eine Dose Kompott, der Saft tropft auf das Laken. Mein Gott! Sieh dich doch vor, sieh dich doch an, das schlägt und schlürft sich die Pfunde an. Ja. Unglaublich. Tolle Reime. Wunderbar. Ja, alles, alles geil. Ja, und dann kommt das Du-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu- eigene Begleitung. Und die aber nicht so hundertprozentig auf den Punkt eben. Deswegen sagte ich Lässigkeit. Also sowohl von der Intonation her, also schon nur, aber das sind nur so Millisekunden, wo es ganz kurz so ein bisschen schräg anklingt und dann sich aber wieder eintrudelt auf die richtige Geschichte. Naja, nee, es ist schon teilweise, also es ist schon ein Unterschied von einem Halbton teilweise, der da ein bisschen drüber, ein bisschen drunter so eine Summe ist. Es ist schon deutlich zu hören. Und dabei verändert sie eben so stimmlich halb so ein bisschen. Ja, es ist schon, du hast recht, es ist schon einfach cool. Ich finde keinen gelungenen Übergang und deswegen gehen wir jetzt einfach rüber zu EKG. Ich habe den Song die ersten paar Male gehört, ohne zu wissen, wie er heißt. Was nicht schlimm war, aber dadurch war mir noch nicht klar, welches Gerät jetzt eigentlich gemeint ist. Und natürlich der Apparat mit dem Bing! Sagt mir jetzt nichts? Woher kenne ich das? Monty Python. Monty Python, ja. Du kennst dich mit Monty Python wirklich unglaublich gut aus, Julian. Danke, ich muss aber gestehen, dass ich die große Sammlung mir von dir geliehen habe. Das stimmt, aber ich habe sie nur einmal gesehen und dabei ist mir nicht alles hängen geblieben. Ihnen ging das zu dir. Du hast da irgendwie so eine Art Phonografen bei dir im Kopf, der alles, was Monty Python oder L'Oreal jemals sagen oder gesagt haben, mitschreibt. Ich sage mal komisch, für sowas habe ich ein Gedächtnis. Ja, genau. Auch das, liebe Zuhörerschaft, war ein Zitat von L'Oreal, das wir ständig bringen. So, jedenfalls, aber ich fand es trotzdem interessant. Ich weiß gar nicht, an was für ein Gerät habe ich denn gedacht? Ich glaube, ich habe eher an so eine Art MRT oder sowas gedacht. Oder auch noch irgendwas anderes, wo auch noch ihr Saft abgezapft wird. Jedenfalls heißt es in diesem Text. Ach siehste, ich habe die Zeile gar nicht mit aufgeschrieben. Ich Idiot. Du hast die, ich möchte abhauen, Stelle. Ja, genau. Ich möchte abhauen. Ich möchte abhauen, kann nicht mehr. Die Scheißmaschine säuft mich leer. Und so weiter, ne? Die weißen Kittel sagen nein, schauen in mich rein wie Frankenstein. Da habe ich halt gedacht, das geht, es wird hier wirklich irgendwas abgezapft. Aber nein, es geht um ein EKG und genauso heißt der Song auch. Das ist tatsächlich, muss ich sagen, ich kannte den Song auch vorher nicht, aber das war dann ziemlich schnell mein Lieblingssong. Und da möchte ich jetzt den Greaser von letzter Woche zitieren. Der geht nämlich so schön gerade raus. Ja, ich habe den gehört und bin währenddessen Fahrrad gefahren. Ich kam von unserem gemeinsamen scharfen Würstchen essen und habe den Song gehört. Bin immer schneller geworden auf meinem Fahrrad, weil ich es einfach so geil fand. Wie mich dieser Song angetrieben hat, weil es halt so eine solide Rocknummer ist. Auf jeden Fall. Und der funktioniert einfach auf so vielen Ebenen. Alleine da kommen wir jetzt zu der Sache, die ich vorhin meinte, dass das Schlagzeug da so mit laut malt. Das macht nämlich die ganze Zeit die ganze Zeit ist die Bassdrum in diesem Doppelschlag. Und ja klar, es klingt wie ein Herz, was die ganze Zeit darunter hämmert. Dann Tamara singt gerade im Refrain ganz, ganz, ganz energetisch und fällt immer wieder nach vorne. Also sie ist nicht genau auf dem Takt, sondern sie ist so ein bisschen vorm Rhythmus. Ganz, ganz leicht, wodurch so ein gehetzter Eindruck entsteht, der halt auch wieder sagt, ich will weg, Alter. Ich will hier nicht länger bleiben. Ich bin total hibbelig. Ich glaube, also der Text ist jetzt leider nicht von ihr, sonst hätte ich es mit einiger Gewissheit gesagt. Aber sie hätten ja zumindest ausgesucht mit. Also denke ich mal, dass das auch ein bisschen Hand und Fuß hat, wenn ich sage, ich glaube, das wird ein bisschen auch darauf hindeuten, wie sie Ärzten und der Schulmedizin gegenüber stand. Denn wenn ich das richtig gelesen habe, sie hat ja dann irgendwann später, ja es muss dann so 95 gewesen sein, die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und deswegen nochmal meine Aufforderung vom letzten Mal, Leute, wenn euch irgendwas auffällt, und das geht auch Männern tatsächlich so, es ist zwar nicht so viel, der Prozentsatz ist viel, viel geringer, aber auch Männer sind davon betroffen. Wenn euch irgendwas auffällt in eurem Brustgewebe, geht damit zum Arzt und lasst das untersuchen. Lasst euch da auch so gut wie möglich beraten. Ihr könnt unterstützend gerne alle Behandlungsmethoden nutzen, die euch zur Verfügung stehen und von denen ihr denkt, dass sie irgendwas bringen könnten, vor allen Dingen, wenn ihr daran glaubt. Aber lasst es trotzdem auch schulmedizinisch behandeln. Gerade Krebs ist so ein Ding, das kriegst du halt nicht weggezaubert. Und da muss es auch, also es darf natürlich auch woanders sein als an der Brust. Sicher, ganz genau, ja, ja. Aber ist halt ein großes Thema, weil es einfach so viele Leute betrifft. Und selbst dann, wenn es nicht unbedingt tödlich verläuft, lässt der Brustkrebs ja auch viele, gerade halt Frauen danach. Also in vielen Fällen muss es operiert werden und danach sieht man halt nicht aus wie vorher. Ja. Und, ähm. Ja, man kann schon sagen, dass es für viele ein Verlust ist. Das sagen ja viele selber. Genau, ja, das ist es auf jeden Fall, genau. Für viele ist es ein Verlust. Genau, und das kratzt dann halt am Ego auch, natürlich. Und, äh, völlig verständlich. Aber das sollte einen nicht davon abhalten, äh, sein Leben zu retten. Denn es gibt, es wird immer Leute geben, die werden dich schön finden, die werden dich so annehmen, wie du bist. Die werden, du wirst weiterhin geliebt werden und so weiter und so fort, ne? Also, ja. Ja. Ich, ihr merkt gerade, ich ringe mit mir, ich möchte mich, ich möchte ja jetzt einfach niemandem zu nahe treten. Ich weiß, dass das ein ganz sensibles Thema ist und gerade, wenn das jetzt hier wieder ein Mann anspricht, ne? Ich will einfach nur, dass ihr wisst, dass das ein wichtiges Thema ist und dass ihr, wenn ihr Freunde habt und wenn ihr jemanden habt, der euch liebt, der wird euch damit nicht im Stich lassen. Oder die, je nachdem. Ja. So. Ich vermute, äh, dass das auch so ein bisschen damit reinspielt, weswegen sie das halt auch, äh, mit so viel Elan und Imbrunst interpretiert hat, das Stück, dass sie dieses Misstrauen hat. Äh, dass sie halt nicht ihr Innerstes nach außen kehren möchte für irgendwelche Leute, die sie nicht kennt und die einfach nur, äh, mit wissenschaftlichem Interesse darauf schauen, ne? Da, äh, sagt sie ja auch mehrmals, dass sie, dass die gar nicht wissen, was Liebe ist oder Hass oder, äh, dass die einfach nur, äh, quasi halt interessiert sind und einfach nur weiße Kittel. Also sie sind jetzt nicht mal, sie sind nicht mal Menschen, es sind einfach nur weiße Kittel, die sie anschauen. Ähm. Tuscheln. Genau, ja, und, äh, ihr sagen, was sie zu tun hat, ne? Und das ist auch der Grund, warum ich das wiederum denke, dass man das sehr, sehr gut auf die DDR beziehen kann, ne? Das Ganze, die Scheißmaschine, dieses System, ne? Ähm. Ähm, die weißen Kittel, äh, in Uniform sozusagen, ne? Die ihr sagen, was sie zu tun hat, äh, dieses, äh, ich möchte abhauen, ja? Also, abhauen war auch ein ganz, ganz, ganz klares Wort in der DDR. Genau, ne? Wer abhaut, der ist raus aus der DDR. Der hat irgendwie geschafft, über die Grenze zu kommen. Mhm. Und so weiter und so fort. Sag mal was. Komm. Ich, ähm, ne. Ne, ne, da sag ich einfach nichts zu, weil das stimmt einfach so, wie du es gesagt hast. Das sind genau die, äh, Assoziationen, die man hat. Da, da, nö. Ich weigere mich. Ich, dann, dann, da sag ich doch lieber, dass, äh, äh, also, dann ist die Sache für mich gestorben, so wie der, ähm, so wie im nächsten Stück etwas gestorben ist. Wow. Willst du das nochmal probieren? Der Gottkaiser der Überleitung hat's ja gesagt. Jawohl, da ist er wieder. Gut, dann nehmen wir das so. Äh, genau, dein Kabarett ist tot, Titel 5 auf dieser Platte. Und der letzte Titel auf der, äh, A-Seite, ja, ne, ja, doch, genau. Haben die eine A- und eine B-Seite oder haben die auch irgendwie andere Buchstaben? Nö, nö, eins und zwei, ja, wie sowas. Vielleicht die und ... Ich glaub, ich glaub, es war A und B. Ähm, ja, aber den Titel fandst du ganz besonders toll, deswegen darfst du dich jetzt mal in Rage reden. Okay. Ich find den toll inhaltlich, weil er tatsächlich ziemlich schnell auch klar wird, worum es eigentlich geht. Die Erzählerin spricht einen offensichtlich Theater- oder Kabarett-Eben-Macher und auch wohl Kabarett-Hausbetreiber an. Äh, und ... Ja, ich glaub, sie spricht das Kabarett so im Allgemeinen an, ne, also jetzt nicht einen im Speziellen quasi, sagt zwar Monsieur, aber ich glaube, das geht da schon eher ums Allgemeine, nicht so sehr um eine Person. Ja, ne, also ja, auf jeden Fall, da hast du recht, nur, also jetzt, und die direkte Rede klingt, als würde sie einen persönlich ansprechen. Aber natürlich merkt man auch da eben, dass gleich die gesamte Kabarett-Szene, falls man davon reden kann, eben gemeint ist. Und es ist ein, ja, es hat sich vieles verändert im Kabarett oder Kabarett, ähm, und eben nicht zum Guten. Es ist nicht mehr so, dass man, dass es wirklich irgendwelche Fragen oder irgendwelche Missstände aufwirft, sondern es ist einfach nur noch ein, ähm, ein Ort, an dem man amüsiert wird und sozusagen leichte Muse genießen kann, äh, äh, aber nichts, wo man auch noch irgendwie politisch an Grenzen vorstößt oder gesellschaftlich irgendwelche Problematiken wirklich aufwirft, sondern es ist wirklich nur ein reines Unterhaltungs-Business. Ja, und das, das finde ich mit vielen, vielen guten Worten und guten Reimen wieder wunderbar getroffen, tolle Vergleiche. Du, äh, was du zwinkerst mit dem, mit dem Augenlied, dass die Pupille glüht, als, also eben dieses, dieser Versuch ständig witzig zu sein und die Geschichte von den, es kommen keine Büttel mehr, um das Gestühl zu, die das Gestühl zerschlagen. Ähm, jetzt hast du, jetzt hast du wahrscheinlich, äh, den schönen Teil, für mich zumindest den schöneren Teil des Reims weggelassen, äh, du zwinkerst mit dem Auge, dass die Pupille glüht, du bist um eine Heiterkeit, die traurig macht, bemüht. Und, ah, siehst du, die habe ich dir unterschwellig, äh, habe ich gespürt, dass du das sagen möchtest. Ähm, ich glaube auch, dass es, das Kabarett wird hier zwar, oder das Kabarett wird hier herangezogen, äh, als ein, ich glaube ich so als eine Art Stellvertreter für die gesamte Kunstszene, ne? Also alles konnte, alles war zahnlos geworden, nichts konnte mehr, äh, mit Biss irgendwas sagen, alles musste sich ein bisschen verstecken und ein bisschen wegbücken und, äh, war als Ventil gesehen, ne? Ja, also, ihr möchtet, äh, ihr möchtet ein bisschen kritisch sein, ja, dann seid ein bisschen kritisch. Euch nimmt eh keiner mehr ernst. Man räumt dir ein, Ventil zu sein, man lässt dich lachen machen. Ja. Ist auch, also, großartiger, einfach, das kann, das kann man in jeder Lebenssituation irgendwie, naja, nicht in jeder, aber kann man oft anbringen einfach. Irgendwas, wenn du zu Hofe kommst oder so, ne? Ja, wenn, äh, wenn du bei Hofe aufmarschierst, dann salutieren die Wachen. Ja. Genau, und man, man räumt dir ein, Ventil zu sein, äh, man lässt dich lachen machen. Ähm, übrigens, äh, gleich zu Anfang ist die Dame ohne Unterleib doch an Krebs gestorben. Mhm. Wir sind doch schon wieder beim Thema von vorhin. Ja. Aber ich glaube, das hat jetzt nicht so einen Bezug zu ihr persönlich. Nö, 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 hat's nicht. Ich weiß nicht, ob Krebs einfach vorher schon so ein Riesenthema war, ne? Also, ähm, natürlich gab's schon immer Krebs, aber ich weiß nicht, wie weit man das, schon viel früher in dem Maße diagnostiziert hat, früher, aber wie gesagt, das weiß ich wirklich nicht, deswegen höre ich an dieser Stelle auf zu reden. Man könnte jetzt einfach noch wild spekulieren, was die Dame ohne Unterleib vielleicht für einen, für einen Vergleich ist zu irgendwelchen systemrelevanten, äh, Dingen. Oh Gott, also dafür fehlt mir mein Vorwissen, äh, ich wünsche dir viel Spaß. Ich, du, ich hab auch keinen Schimmer, ich dachte nur, das wäre vielleicht möglich. Wollte das nur mal so in den Raum stellen für Leute, die vielleicht einen Kommentar schreiben wollen, das dürft ihr übrigens. Also, ihr dürft gerne Kommentare schreiben. Ähm. Ihr müsst dazu auf die Seite gehen, äh, theknorke.de slash the-podcast, ja, slash ist, äh, dieser Schrägstrich, der von links unten nach rechts oben geht. Dann müsst ihr auf die entsprechende Folge erst noch mal klicken. Da drunter findet ihr dann die Kommentarfunktion. Sehr gut. Das war, das war dem Jensi nicht ganz klar, das musste ich ihm auch erst kurz sagen, glaube ich. War es Jensi? Ja, ich glaube schon. Äh, genau. So. Weiter geht's. Äh, ja, äh, was, da gab es noch eine Stelle, äh, an der ich mich erst, äh, immer verhört habe und, äh, die ich dann erst mal irgendwann nachlesen musste. Und zwar, ähm, dein Dichter macht sein Moos und ich habe verstanden, mit herben Fernsehschränken. Ist aber Quatsch. Ja, ist Quatsch. Es heißt dann nämlich? Mit herben Fernsehschwenken. Jawohl, also ein Schwank. Ja. Ein Fernsehschwank. Also was etwas, na sagen wir mal, ein bisschen Einfaches, Primitives unter Umständen zu bezeichnen. So ein, so ein, so ein lustiges, äh, äh, ja, Lustspiel, genau, äh, aber ja, ja, doch. Genau, Lustspiel. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Schwank, wenn ich mich nicht komplett irre, ist, äh, so eine Art Theaterstück, das halt aufgenommen wird. Also da ist es meistens so in einem Raum, so ein bisschen wie Ekel-Alfred. Ich glaube, ziemlich wie Ekel-Alfred. Aha, okay. Ich, ich hätte mit Schwank jetzt immer sowas wie Steiners Theaterstadel verbunden, deswegen liegt mir immer auf der Zunge, es wäre vielleicht was volkstümliches, aber ich glaube, das stimmt nicht. Äh, weil das sind auch irgendwie Schwenke, soweit ich weiß. Das ist gut möglich. Eben nicht Gränke, sondern Schwenke. Aber auch, aber auch die waren ja quasi so eine Art Theaterstück, ne? Jaja, das waren sie. Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie einen davon gesehen. Ich weiß nicht, was ist das? Du hast nie Peter Steiner gesehen? Ich glaube, ich habe das nie, jedenfalls nie durchgehalten. Ich habe es ja, nee. Nee, nee, nie. Habe ich, glaube ich, nicht geschafft. Äh, nie? Nee. Nee, habe ich nicht. Aber ich weiß, dass es das gibt. Also, der Schwank, lustiger Einfall, ist eine volksnahe Erzählung oder ein Theaterstück. Ah ja, okay, volksnah. Und dann ist ein Fernsehschwank halt ein volksnahes Theaterstück, was aufgenommen wurde mit einer Kamera und ausgestrahlt. Hm, verstehe. Da würde Ekel Alfred dazuzählen, würde ich jetzt mal erzählen. Das würde ich auch sagen. Wobei Ekel Alfred ja selten zahnlos war, der war schon ganz schön bissig. Aber. Ja, der war ja auch kein, der war ja auch kein DDR-Bürger. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt auch, da hast du wieder auffallend recht. Der war ja eher, der war ja ja Reichsbürger, sag ich mal. Der war ja eher das Gegenteil, ja. Es geht ja noch weiter an der Stelle, aber das habe ich dann so wieder richtig verstanden. Mit herben Fernsehschwenken. Textlich geht es dann weiter mit, die Garderobiere trinkt Likör. Wer kann es ihr verdenken? So. Ja, da habe ich allerdings mehr so das Gefühl gehabt, da musst du noch was hin, was sich halt drauf reimt. Also es ist trotzdem gut, ne? Es ist ein guter, gut gemachter Satz. Weiß ich nicht. Ich finde das auch ein schönes Bild, ne? Der ist es halt egal, habe ich so den Eindruck, ne? Ne, ganz im Gegenteil. Der ist es eben nicht egal. Sie hat es früher, sie hat da gearbeitet und sie hat da immer viel Freude dran gehabt und inzwischen kann sie es einfach, sie geht nur noch hin und kann es eigentlich kaum ertragen und muss trinken, um weiterhin zu funktionieren. So verstehe ich das. Mensch, da hast du mich gerade erleuchtet. Hast du mich gerade erleuchtet, das habe ich überhaupt so nicht geschnallt. Und es ist einfach so, naja, früher war alles besser, aber Likörchen gehen immer. Man sieht es direkt vor sich, ja. Und das ist eben auch Verdienst dieser Sprache von dem Karma. Man sieht die Szenen wirklich vor dem geistigen Auge, man kann sich das super vorstellen. Ja. Was ich noch sagen möchte zu diesem Song ist eine spezielle Stelle, ich habe leider die Sekundenzahl innerhalb des Tracks nicht im Ohr, aber es gibt gegen Ende des Stückes wird ja der Refrain oder die Melodie vom Refrain noch ein paar Mal wiederholt und zwischendurch spielt dann auch die Gitarre nochmal so eine Art Echo mit rein. Und da ist eine von diesen Stellen, wo die Gitarre mit diesen Flagellett-Tönen unheimliche Dinge anstellt und dann auch noch die Melodie um einen einzigen weiteren Ton erweitert und dadurch das nochmal völlig anders hinkippen lässt musikalisch. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie... Hast du das völlig in den Fingern? Nee, leider nicht. Schade. Leider nicht, weil ich wirklich nicht weiß, wie er das erzeugt hat. Aber es ist eine echt, echt schöne Stelle und wenn ihr es hört, bin gespannt. Vielleicht kann ich es ja noch irgendwie in die Show Notes reinpacken, die Sekundenanzahl und wer es hört, kann dann gern auch nochmal was dazu sagen. Ich fand das... Es ist so eine winzig, winzig kleine Stelle und der Gitarrist hat ein völlig anderes Bild nochmal reingebracht. Gar nicht inhaltlich, aber musikalisch inhaltlich. Schön. Mit einem Ton. Ich würde sagen, weißt du, was Schallplatten früher gemacht haben, wenn man zum Beispiel die nicht so richtig gereinigt hat oder so ein kleiner Ritz drin war oder sowas? Wahnsinnig gut, Till, wahnsinnig gut. Ich glaube, man sagt dann, die hatten einen Sprung. Sehr gut. Und der nächste Titel, Panther im Sprung, ein Panther im Sprung, ein Panther im Sprung, da kann ich mir gleich selbst eine Kündigung schreiben, das war Stromberg. Sehr gut. Ist im Grunde genommen schon meines Erachtens nach fast mehr eine Pop-Schlager-Nummer, bis auf die Instrumentierung oder zumindest wenigstens so Power-Ballade, kann man das so sagen? Ja, würde ich, lasse ich so stehen. Auch wieder so ein Ding, was man wieder auf mehreren Ebenen interpretieren kann. Christian meinte zwar, ich würde das jetzt alles nicht so sehr, das ist, glaube ich, eher so eine Unzufriedenheit mit sich selbst als alles andere oder mit Männern. Ja, aber im Grunde genommen, also könnte man so verstehen, dass Männer scheiße sind, ja? Dass sie dich versuchen mit ihrem Charme und ihrem Geld und ihrem ganzen Gehabe und Getue und diesen, naja, halt mit aufgestellten Schwanzfedern rumlaufen einzufangen und für sich zu gewinnen. Und dann fällst du gerade für sie, wie heißt das so? Nee, das war Englisch, das war Denglisch. Verfällst du ihnen gerade? Verfällst du ihnen, danke schön. Dann verfällst du ihnen und in dem Moment schießen sie dich wieder ab, ne? Also so könnte man, so kann man den Text verstehen. Gibst du mir recht? Das mit dem Abschießen habe ich noch gar nicht so registriert in dem Text, aber auf jeden Fall dieses Umwerben mit schönem Schein, mit Betrunken machen massiv. Dir ist klar, dass das Wort wörtlich in dem Text vorkommt? Äh, wo? Wie ein Panther im Sprung, wenn der Schuss ihn fängt. Ja? Kippen deine Gefühle. Dir wird nichts geschenkt. Ja. Deine Gefühle werden abgeschossen. Ja, aber weil er dich, weil er sich, weil du bezürzt wirst. Ja, ja. So habe ich das verstanden. Ja, und nicht, weil er dich dann irgendwann hängen lässt. Nein, nein. Ich hatte, ich dachte, es ging ja irgendwie darum, dass er sie dann irgendwann hängen lässt. Ja, genau. Das ist doch das Abschießen. Ja. Also das erschließt sich mir irgendwie logisch nicht. Entschuldige. Aber wie ein Panther im Sprung, wenn der Schuss ihn fängt, kippen deine Gefühle. So, das ist der Satz. Genau. Ja? Das heißt, es geht um ihre Gefühle die ganze Zeit. Genau. Nicht um irgendwas, was er tut. Nein, nein, genau. Und die Gefühle kippen meiner Meinung nach in dem Augenblick, wo sie bezirzt wird. Genau. Nicht, wo sie abgeschossen wird. Ähm, na ja, doch, guck mal, es geht ja so los, dass, äh, die Blicke bohren sich, äh, heißt, durch die Kruste Eis, die du dir ja schon ange, äh, angelegt hast quasi, ja. Die Augen flüstern dir zu, die Finger, äh, fassen zu. Greifen zu. Genau. Und so weiter und so fort. Also du wirst hier um, um, äh, umnebelt und umgarnt und so wie das alles heißt. Mhm. Und später heißt es dann auch dann, seine Story ist dünn und sie reicht kaum hin, an der frischen Luft ist sie halb verpufft. Ja. Mühsam kleckert sein Charme und sein Tennisarm zieht dich in seine, äh, äh, hält dich fest und zieht dich in seine Suite. Und so weiter und so fort. Also es ist, ja, ich hab's halt so verstanden. So. Äh, okay, ich seh, weißt du, weil du sagtest, es steht ja im Text dran und ich hab die Stelle einfach nicht im Kopf, wo er sie abschießt. Dass er nicht der Beste ist, trotzdem er eine starke Arme und eine breite Brust hat, wie, wie es da gesungen wird, ja, aber das mag ja sein. Aber, ähm, abschließend hab ich nirgendwo entdeckt, außer eben Mofon selbst und da geht's meiner Meinung nach um ihre Gefühle, Entschuldigung. Ja, genau, es geht immer um ihre Gefühle, in jeder, in jeder Interpretation, die wir hier gerade machen. Ja. Du verstehst, dass, äh, sie stark bleiben will und ihm nicht verfallen will, aber dann kippt sie doch, ne? Also dann... Ja, so könnte man's sagen, ja. Genau. Und ich bin quasi schon einen Schritt weiter. Ich hab schon hinter die Fassade geguckt, ich seh halt, wie er sich bemüht und wirbt und wirbt und dahinter ist halt einfach nichts, außer heißer Luft. Und sie ist gerade so dabei jetzt, ihm doch zu verfallen und springt quasi und wird in dem Moment aber schon wieder erschossen, weißt du, das, so versteh ich's. Äh, mhm, mhm. Dass ihre positiven Gefühle, also ihre positiven Gefühle werden sofort wieder gekillt. So versteh ich's und du verstehst das, äh, was auch sehr schön ist. Dass sie ihm verfällt einfach gegen ihren Willen. Genau, dass sie, äh, dass sie sich quasi eigentlich schon eine Schutzschicht ange, angelegt hat, einen Panzer angelegt hat und dass sie den quasi durch seinen Charme verliert und er, äh, der Charme quasi, das ist der Schuss, den sie fängt. Deswegen hast du ja auch ab und zu verstanden, wie ein... Wie ein Panzer im Sprung? Nein, das hab ich nie verstanden, das fand ich einfach nur lustig. Das klang neulich so als, wie ein Panzer im Sprung. Da musste ich, äh, bildlich an diesen Panzer denken, der ja lange Zeit, äh, am Grenzübergang hier, äh, zwischen, äh, Ost- und West-Berlin stand, ähm, auf dieser Rampe, der dann später durch einen Mähdrescher ersetzt wurde, der auch noch rosa angestrichen wurde. Irgendwie weiß ich nicht, der Panzer im Sprung, das hat sich mir da gewuscht. Ähm, toll, was soll ich denn jetzt daraus machen? Das kannst du rausschneiden, oder? Oder du lässt das zur Belustigung der Leute einfach drin und die können mir dann sagen, ob das, äh... Ähm, ich hab jedenfalls überlegt, ob, ähm, dieser Text auch so interpretiert werden könnte, dass man sagt, die BVG, äh, BVG, ne, die nun nicht, die BRD, die BRD ist vielleicht auch so, ne, dass sie, ähm, sie redet viel und sie zeigt sich von ihrer besten Seite und hat immer schön bling-bling und so und, äh, beste Klamotten an und alles ist bunt und schön und es blubbert pink und, äh, das Haarschampoo ist auch da und alles, alles toll, aber im Grunde genommen ist nix dahinter und so und so, so, ne? Hm, 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 hm. Habe ich überlegt. Hält's davon. Finde ich, äh, finde ich nachvollziehbar. Ja, sehr schön. Eindeutig. Ähm, ich wollte noch ganz kurz, weil wir ja vorhin unterschiedliche Ansichten, äh, zum Inhalt des Textes hatten, an eine große Schauspielerin erinnern, die auch vor kurzem verstorben ist, ich weiß das gerade, das Datum leider nicht, aber, ähm, der Griese hat uns auch daran erinnert, nämlich, äh, die grandiose Irm Hermann. Ja. Ähm, und zu der und zu unserem kleinen Disput fiel mir ein, ich möchte dich daran erinnern, dass wir bisher immer einer Meinung gewesen sind und darum möchte ich dich bitten, dich meiner Meinung anzuschließen. In Ordnung, du hast recht, Julian, dieses eine Mal bei Titel 6, kannst du dir einen Kalender schreiben, gebe ich dir einfach mal uneingeschränkt recht. Ich möchte trotzdem noch darauf hinweisen, dass das nur ein Zitat war und nicht meine tatsächliche Meinung. Das wird rausgeschnitten. Äh, ein Zitat übrigens aus, aus dem Großart, nö, du wirst nicht. Oh, wie? Wir. Da hast du gar keine Kontrolle drüber. Doch, ich komme am Samstag vorbei und dann schneide ich mit dir. Naja, das war mehr. Ich schneide es wieder rein. Ich schneide es wieder rein. Das werden wir ja sehen. Gut, äh, ist auch nicht weiter, von mir aus ganz auch weg. Ja, ich glaube, dann haben wir aber auch, äh, das Nötigste für diesen Song abgehandelt. Ich denke auch, wir können zum nächsten Titel tanzen, zum Ballhaus Ballett. Oh, der war nur wirklich ein bisschen, der war ordentlich. Ist musikalisch gar nicht mal so meins, das Ding. Mag ich nicht. Ja. Einerseits auch dieses, dieses, dieses Synthi-Ding wieder oder Keyboard oder was das ist. Und so komische Effekte drinnen gesetzt und dann singt sie auch so komisch, so ein bisschen, als ob sie ein Geist wäre. Mhm. Aber es wabert so vor sich hin irgendwie. Ja. Textlich ist das Ding wieder eine Bombe. Ja. Also, anfangs hatte ich gedacht, das ist bestimmt einer von denen, die ich, bei denen ich dann skippen werde, so nach und nach. Aber nein, äh, ist und bleibt interessant unter, aus ganz, ganz vielen Gründen. Magst du vielleicht mal reingehen in den Song? Ja, denn im Intro ist eigentlich schon, ich glaube, die skurrilste melodische und harmonische Wendung enthalten, die dann auch im, im, im Prichorus, würde ich das bezeichnen, nachher wieder stattfindet. Äh, im Prichorus ist darauf der Text, so ein Schweben vor dem Ton, wimmert weich das Meloton, so ein Leben unter dem Thron. Und dann kommt noch ein bisschen Gesprochenes. Und das wird, äh, die, die Harmonik und Melodik dazu wird schon im Intro, ähm, angespielt. Mhm. Und, äh, zwischendrin in der Strophe, wimmert eben die, die Tamara dann auch darüber, so irgendwie, so geisterartig, wie du es genannt hast, ja. Es ist, äh, so ganz komisch mit dem Affekt, den sie da transportiert, den habe ich noch nicht verstanden, mal wieder. Trotz vielemaligem Hörens. Aber, ähm, es wirkt, trotzdem sie so geisterartig ist, wie eine ziemlich geistlose Veranstaltung, die sie da besingt. Ja, das ist richtig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, also Christian meinte wieder, ja, nicht so viel reininterpretieren. Mhm. Aber man darf. Ja. Aber bevor wir da einsteigen, du hast es gerade schon angesprochen und nur weil du es gerade schon angesprochen hast, magst du mir mal erklären, was genau jetzt eigentlich ein Meloton ist? Weißt du es überhaupt? Ich habe es auch eben nochmal nachgeschlagen, weil ich es gerade kurz nochmal in den Notizen entdeckt habe. Ja. Für heute. Und zwar, ähm, hattest du ganz recht, du hast es hier vermerkt als so eine Art, ähm, urzeitliche, äh, Sampler-Maschine. Oder, ähm, wie hattest du es ausgedrückt? Weiß ich nicht. Ich sag, Loop-Maschine als, äh, äh. Loop-Maschine, ja. Ja, es ist, na, Loop ist es, glaube ich, also, ja, in gewissem Sinne auch ein Loop, aber, ähm, einer, der manuell ansteuerbar ist. Es ist ein Tasteninstrument. Ja, genau, ich hab hier geschrieben, so eine Art vorzeitliche Loop-Maschine mit Tonbändern, die Loops abspielen. Ja. Also die Ton-, also Melodie-Fetzen, sag ich jetzt mal, immer wieder im Kreis spielen kann. Ja. So kann man es dann genau. Also jede Taste, jeder Taste ist ein kleines Tonband zugewiesen oder ein kurzes Tonband, eine Aufnahme, ein bestimmter Sound. Beziehungsweise jetzt heutzutage natürlich, äh, ist es natürlich nicht mehr mit Tonbändern, sondern digital. Aber genau damals war das halt mit Tonbändern gelöst. Genau, was auch, denke ich mal, Auswirkungen auf den Klang gehabt haben mag. Wenn da jetzt wirklich irgendwelche, sagen wir mal, seltsam gefilterte Streicher aufgenommen worden sind oder sowas. Und dann kam eben dieses leichte Wimmern von dann sich auch doch langsam verbrauchenden Tonbändern dazu. Und die werden auch immer eben sehr beansprucht. Denn jedes Mal, wenn die Taste losgelassen wird, wird das Band schnell zurückgespult, damit man es eben, also sehr schnell zurückgerollt, damit man es eben nochmal anschlagen kann für den Fall der Fälle. Ja. Also für jeden, für jede Taste tatsächlich ein Band zugeordnet, so habe ich es verstanden. Ja. Und es hatte wohl einen sehr eigenen Sound. Ja. Ist schon eine spannende Kiste, ne? Was sich Leute so ausdenken mit den Techniken, die ihnen zur Verfügung stehen jeweils. Naja, die ersten Synthesizer, diese, diese, diese Schrankwände mit Steckverbindungen und so weiter, also unglaublich. Ja, klar. Da haben die Musik mitgemacht. Ich meine, es gibt ja heute noch so tolle Videos von Leuten, die mit, äh, mit der reinen Mechanik von alten Computern, Floppy Disks und so weiter und so fort, äh, Musik erzeugen. Und zwar so 8-Bit-Style. Mit allem, mit jedem Scheiß, ne? Also es gibt nichts, womit jemand nicht versucht hat, mal Musik zu machen. Und wenn es Münzen auf den Tisch werfen ist. Bis runter eben zu dem, zu Vater und Sohn, wo Vater Posaune spielt und der Sohn immer nur die Ofentür zuhaut. Das ist so schreien. Ähm, Entschuldigung. Fiel mir gerade ein. Ähm, ja, also, ähm, aber genau. Der Typ, der mit den, mit den Einstellungen von der Waschmaschine halt, äh, Melodinen spielt und währenddessen macht einer mit dem Trockner oben drüber halt so, äh, Percussion, Tür auf und zu Geschichten. Ja, klar. Genau. Ja, also wir verlinken diese ganzen Videos und den Quark, das verlinken wir jetzt mal nicht. Okay, 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 okay. Nein, nee, komm, das lassen wir jetzt mal sein. Nicht, sehr gut. Nicht, 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 das machen wir jetzt mal nicht. Nee, da müsst ihr selber suchen oder uns fragen. Das, äh, wer Spaß an YouTube hat, der findet sowas. So, ja, ganz genau. Posaune und Backofen und wie hieß es bei dir? Äh, Typ Waschmaschine, Trockner, Percussion. Jawohl. So. Und, äh, Sounds mit Floppy Disks oder was auch immer. So. Ähm, ja, oder, äh, Festplatten. Festplatten, ja, super, genau. Ja, also coole, coole historisches, äh, cooles historisches Instrument. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob tatsächlich eins verwendet wird. Da ist ein merkwürdiger Klang. Darf ich historisch, darf ich historisch an dieser Stelle ein dicke Ausführungszeichen, Anführungszeichen setzen? Du darfst. Danke. Genau, also ich nehme an, dass das Keyboard auch irgendwas, irgendeinen Klang hat, ob das nur ein Melotronenklang sein soll. Kein Schimmer. Nee, ich glaube nicht, dass sie das da unbedingt, obwohl dieses, düh, 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 düh. Vielleicht ist das auch geloopt einfach. Das kommt ja so häufig vor. Möglich. Und eben dann dieses, dieses, da ist so ein wimmriger, heller Sound irgendwie dabei, der dann auch auftaucht bei Wimmertweich, das Melotronen irgendwie, so irgendwas Schwebendes drüber. Muss aber auch nicht. Das tut ja gar nicht Not. Gut, ich würde ganz gerne noch ein bisschen was von der Szenerie erzählen. Ja, bitte. Und zwar geht das ja schon los mit dem tollen Text, das Parkett ist spiegelversiegelt, was nach was noblem und edlen klingt, wie ein spiegelversiegeltes Klo. Das haben wir schön gemacht. Nicht? Und das ist so, das ist wieder Faust aufs Auge. Herrlich. Eine super, eine Eröffnung mit einem Bild. Die Messleiter wird hochgelegt, so. Genau, mit einem Bild und dann aber voll in die Magenkrube. Voll gerissen, das Ding. Ja. Super gut. Richtig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ganze Ding, das erinnert mich sehr stark ans Militär. Also es wird teilweise, wird sogar sehr, sehr deutlich angesprochen. Der Maestro, wird nicht so genannt, aber so ähnlich, Mitre hebt seine Hand, seine, seine stark beringelte Hand und die Musik geht los wie ein Feldzug oder so ähnlich. Die Show geht los wie ein Feldzug. Die Show geht los wie ein Feldzug für Ehre und Vaterland. Genau. Dann kommt das von dir rausgegriffene und wirklich sehr schöne Divisionen von greifgeilen Glittis greifen mannhaft in dämliches Fett. Und hinter Fett ist noch so ein schönes kleines Echo. Ja. Fett, Fett, Fett. Woraufhin wir uns natürlich gefragt haben, what the fuck sind Glittis? Ja. Ganz ehrlich, niemand konnte es uns sagen. Niemand, der irgendwie in der Zeit, aus der Zeit kam. Also Christian, der zu der Zeit tatsächlich schon gut denken konnte und auch im Alter ungefähr von den Leuten ist, die diese Platte gemacht haben, hat gesagt, er hat keine Ahnung, was das sein soll. Er meinte, er bezweifelt, dass das ein echtes Wort ist. Er meint, das wird wahrscheinlich etwas sein, was, ja, quasi lautmalerisch, was oberflächliches, glitzerndes, was nach außen schön aussieht, ist. Aber nach innen halt, ja, also mehr Schein als Sein ist, ne. Was ja auch gut dahin passt, ne. Wenn man, wenn man sagt, na ja, zum Beispiel, man hat da zu den dekorierten Militäroberen hat man doch gesagt, dass die Lametta haben, ne. Ja. Das glitzert ja auch. Mhm. Ne. Viel Lametta an denen. Ja. Ich denke mal, dass das da mit zusammenhängen könnte beispielsweise. Oder dass die halt Orden, glitzernde Orden tragen oder sowas, ne. Ja. Woraufhin auch das Wort Divisionen, ne. Die Visionen von greifgeilen Glittis. Dass es darauf anspielt, ne, konnte ich mir sehr gut vorstellen. Das ist möglich, ja. Dann, was weiterhin für mich darauf hinweist, ist, und im Vierteltakt klackern die Hacken unter dem Nachttisch Lampenschein. Ja. Was mich sehr so an preußische Militärkultur erinnert, dieses Zusammenklacken der Hacken. Mhm. Hinter steifen Brüsten und Rücken, entflammt, entzückend, auf wie Papier, äh, halt dieses, ne, diese militärische Brust raus. Mhm. Also deswegen, ich denke schon, dass das sehr arg auf diese sich selbst feiernde Propaganda-Maschine hinter und vorm Militär anspielt und aufs Militär selber. Leuchtet auf jeden Fall ein, diese Annahme. Ne. Finde ich auch. Habe ich aber auch nirgendwo gefunden, musste ich mir selber ausdenken. Mhm. Und dann kommt noch dieser Karl-Heinz da drin vor. Ja, warte, vor dem Karl-Heinz ganz kurz noch, weil das möchte ich noch abhaken, einfach nur, weil ich die Worte schön finde, ist, äh, und die Kombo kratzt ihren Tango wie zum K- und K-Opernballett. Äh, ich weiß nicht, warum mich das so fasziniert. Ist es, ähm, vielleicht das überhaupt, dass, das kaiserlich-königliche, also österreichische, äh, Opernballett darin erwähnt wird? Weil ich das irgendwie, das ist so eine Traditionsgeschichte und ich habe mir das tatsächlich schon ein, zwei Mal angesehen, nicht das Ballett an sich, aber diese ganze Opernball-Geschichte in, in Wien und so weiter. Ich bin auch großer Wien-Fan einfach, vielleicht liegt es daran. Aber auch, ähm... Vielleicht. Vielleicht, genau. Entschuldigung. Das ist auch wieder was, was ich nicht tun sollte. Ich kann auch schlecht Österreichern, nicht nur schlecht Bayern, sondern auch schlecht Österreichern. Du, wir haben weder von den Bayern noch von den Österreichern ein bisschen was dazu gehört. Also, liebe Österreicher, liebe Bayern, liebe Bayern, die uns hören. Also, ich bin, ich bin mir relativ sicher, dass wir eins, zwei Bayern haben unter unseren Zuhörern. Bitte, bitte erlaubt oder verbietet Julian, ob er es darf oder nicht. Ihr müsst uns schreiben, ja? Ja. Sonst wissen wir das nicht. Ihr dürft es nicht nur denken, ihr müsst es uns auch sagen. Das ist wichtig. Ich erlaube es dir, Julian. Das ist nett. Du kannst es besser als ich. Ich habe richtig verkackt. Gerade du warst ziemlich geil. Dankeschön. Ähm, ja, ich, ich mag die Zeile einfach irgendwie. Das, ähm, weil es hat auch, es hat auch irgendwie sowas, sowas ein bisschen Freches und gemeines natürlich, ne? Also, was Abschätzendes gegenüber auch tatsächlich diesem Operndings. Aber, ähm, ach, einfach eine Zeile, die mich irgendwie, die mir so auf der Zunge haften geblieben ist. Ich, ich, ich bin natürlich, ich bin am Karl-Heinz ein bisschen hängen geblieben, weil, äh, Karl-Heinz. Letzte Woche schrieb uns ja unsere, äh, meine Mama und ihr aktueller Freund heißt halt auch Karl-Heinz. Mhm. Deswegen bin ich da so ein bisschen hängen geblieben und, äh, der wird halt immer mal wieder angesprochen, ne? Dieser Karl-Heinz einerseits. Na, Karl-Heinz, das waren noch Zeiten. Ja. Du, mein Herzog, ich Prinzess, Black and White, New Wave, Noblesse oder No-Dress oder was sagt sie da? Noblesse. Sie sagt und zwar Noblesse, aber in einem Wort, also, äh, New Wave, Adel. Noblesse, ah! Ja, das hättest du ja mal korrigieren können in den Shownotes. Ich, äh, da war ich nicht mehr, da hatte ich keine Zeit zu. Weil ich, ich hab nur kurz überflogen, hab gesehen, dass es, aber. Noblesse. Also, Edel, Adel, Odel. Noblesse oblige. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja. Und dann noch hier dieses Karl-Heinz schiebt die süffige Dame in die besseren Kreise hinein. Ja. Okay. Und dann kommen ja die, die klackenden Hacken, ne, zu unternachtigen Schlampe. Genau, 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 genau. Richtig. Aber, also, ähm, letzten Endes auch wieder irgendwie, ich würd's nicht mal mehr als wirklich Musik bezeichnen, weil, doch, natürlich ist es Musik. Aber, ähm, es ist nicht Musik, es ist nicht Unterhaltungsmusik in dem Sinne. Oder es ist eine sehr spezielle Form der Unterhaltungsmusik. Es ist halt tatsächlich mehr Kabarett oder mehr Kabarett als der Song, wo sie sagt, dass es tot sei. Das kann man so sagen. Wenn's, wenn schon gesagt wird, dass es tot ist, dann wär's ja auch irgendwie ein bisschen widersinnig, wenn's plötzlich auflebte in dem Song. Ja, es ist mehr, deswegen meinte ich, ich würd's kaum noch als Musik bezeichnen, es ist für mich eher so ne Klang-Wort-Collage. Stimmt, es ist auch tatsächlich vieles, was an Sprechen erinnert, was sie von sich gibt. Ja. Ja, und, und, äh, die, die Hintergrundsachen, die wiederholen sich halt die ganze Zeit. Ich hab die ganze Zeit so einen Loop im Kopf gerade. Die ganze Zeit geht das, geht das, diese Hintergrundsachen, wo es sich, ja, und dieses Stimmt, dieses Keyboard-Ding, was oben drüber, ne? Ja, die ganze Zeit. Und, äh, dieses RIP noch im Hintergrund. Ah, die, immerzu ist da, sind da irgendwelche Geräusche und, äh, was weiß ich nicht alles. Und, äh, im Hintergrund ist halt, äh, die Percussion ist halt nicht nur ein Schlagzeug, sondern da ist auch noch so ein Schnipsen dabei und so ein Klopfen. Das ist ganz seltsam, das Ding. Also, da, da haben sie sich richtig ausge, äh, ausgelebt an ihren, äh, Tonerzeugungsgeräten. Ja, es ist auch mit Absicht fast ein bisschen nervig und, und, äh, erneuern, ist jetzt das, was mir noch einfällt. Wie gesagt, was sagt man? Das ist das Gleiche wie nervig. Ja, nein, ein bisschen, so, so lästig irgendwie, ja. Ja. Aber trotzdem, also, mich hat der auch ziemlich gefangen. Ich, ich, wenn der zu Ende ist, bin ich immer so ein bisschen, ist immer so ein Moment, wo ich so ein bisschen enttäuscht bin und dann kommt Gott sei Dank gleich das nächste Lied, aber irgendwie könnte ich den noch. Aber das ist ja mehr so ein Nachwort, ne? Ja, aber irgendwie könnte ich, irgendwie könnte ich den trotzdem, also, das, das, äh, Operndingsbums da, äh, äh, Ballhausballett, das könnte ich trotzdem noch mal fünf Minuten länger hören, einfach, weil ich in dem Loop gefangen bin. Okay, aber du hast schon wieder so eine schöne Überleitung gemacht und ich hab sie einfach überquatscht. Nee, war alles gut, die war nicht schön, komm, die war okay. Genau, PS, der achte Song. Er ist gerade mal um die 1,5 lang. Ja. Aber einer der ergreifendsten Songs auf diesem ganzen Album, ne? Äh, so eine Art, so eine Art Brief, den sie, oder wer auch immer, also der, derjenige, der es halt, der den Brief geschrieben hat, sozusagen an die eigenen Eltern geschrieben hat. Ja, und die Eltern-Generation auch gleich mit, würde ich sagen, aber. Ja, ist auch ganz, ganz simpel gehalten, ne? Es ist im Grunde genommen ein E-Piano, was leider nicht besonders gut klingt. Ja. Und halt Tamara, und die singt wirklich schön an diesem Stück. Stimmt. Ja. Und es ist sehr ergreifend, es hat auch schon eine Menge Pathos, auch durch die, äh, Agogik, also durch die, die Tempo, den Umgang mit Tempo in dem Stück. Es ist, äh, ein sehr sich wandelndes von schnell zu langsam wieder so ein bisschen, es schaukelt sich auf und wieder ab. Sehr expressiv dadurch. Und das eben trotz des relativ sterilen E-Piano-Klangs, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, über den Inhalt müssen wir nicht beide reden. Soll ich oder willst du? Mach du. Sie, äh, erst mal ein bisschen zitieren. Ich glaube, der zweite Strophenblock ist der eindrücklichste dafür. Vergiss nicht, Mutter, wenn du weinst, du hast mich gut erzogen, äh, und keiner kriegt und niemand kriegt mich einfach krumm gewogen. Und, äh, jetzt ist die Frage, warum weint denn die Mutter? Entweder, weil die Tochter irgendwas gemacht hat oder mit sich hat machen lassen. Sagen wir mal das Kind. Ja, genau. Das Kind etwas gemacht hat, was nicht richtig ist oder etwas hat mit sich machen lassen, was nicht richtig ist. Oder aber, weil die Tochter eigentlich nur gemacht hat, genau wozu sie erzogen wurde und damit eventuell die Mutter brüskiert hat. Man weiß es nicht. Ich finde auch, äh, ich fand halt auch stark das Ende. Tatsächlich. Vergesst nur nie unter der Last eurer langen Leben. Ich bin zu jung, um schwach zu sein, zu blind, um aufzugeben. Ja. Äh, puh, puh. Ja. Ja. Hochpoetisch. Auf den Punkt trotzdem. Also wenn man einfach betrachtet die langen Leben der Eltern oder Elterngenerationen. Und dass man eventuell eben doch, also dass es eben einen Konflikt gibt. Und dass man aber trotzdem, na, äh, also auch nachsichtig sein kann und muss. Sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Ja. Fällt dir noch was dazu ein? Ja, mir fällt dazu noch ein, dass diesmal ich die Verschwörungstheorie des, äh, Podcasts gefunden habe. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Silly bereits 1986, 85, 86 wusste, vor allen Dingen natürlich Herr Karma, weil, hh, 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 Karma is a bitch. Ähm. Danke. Ähm, das heißt Hündin, ja, dass ihr Bescheid wisst, ja. Das hat, so. Die haben nämlich tatsächlich gewusst, dass Fake News, vor allen Dingen durch den Herrn Trump im Jahr 2020 oder halt auch schon vor dem Jahr 2020, ein großes Thema werden, äh, ich lass mich nicht und lass mich nie mit lauten Lügen morden. So. Ja. Ich hab grad das Mikrofon fallen lassen. Ja, 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 ja. So. Drop, Drop Mic. Verstehe. Drop the Mic. Und von Trump kommen wir jetzt zu etwas, was wir nämlich wieder mehr brauchen in der Welt, nämlich ... Toleranz. Zu Toleranz, genau. Ähm, im nächsten Song jeder, jeder zeigt ganz, 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 ganz eindringlich, dass jeder irgendwie gleich ist und jeder irgendwie anders ist. Und dass das alles okay ist und okay zu sein hat und das finde ich geil. Das finde ich grundsätzlich von der Aussage her auch total klasse. Muss, aha, du bist also wieder dagegen. Wir sind immer einer Meinung, möchte ich dich da jetzt daran erinnern. Ja, ich bin deiner Meinung. Ich möchte daran erinnern, dass ich tatsächlich deiner Meinung bin, weil das inhaltlich absolut fraglos genau richtig ist. Ich muss aber sagen, dass für mich dieser Song auf der Platte leider der schwächste Song ist. Er ist immer noch gut, ja. Aber ich empfinde da ganz besonders ein mich etwas abtörnendes 80s Pop Gefühl. Echt, das wundert mich, weil für mich ist das eine Straight to Rock and Roll Nummer. Aber das ist mir irgendwie zu, da könnte man eben auch leider einen völlig anderen belanglosen Text drauf machen. Gott sei Dank hat man es nicht. Aber ja, es ist, es folgt halt voll diesem Schema. Es ist so da, 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 vom Rhythmus her. Ja. Es sind Gitarren drin, die irgendwelche riffigen Sachen machen. Es ist eine Hammond-Orgel zu hören. Stimmt, die ist auch schön. Da kann man nichts sagen. Also trotzdem, mich hat er, ich meine, wie gesagt, auch den höre ich gerne. Ich schalte, habe in dem ganzen Album noch nie irgendwas weg, es gibt. Jedenfalls nicht in dem ursprünglichen. Aber es ist trotzdem nicht der Song, den ich als, den ich in Erinnerung behalten würde auch, denke ich, von dem Album. Tut mir leid. Das muss dir nicht leid tun. Ich fand den tatsächlich relativ stark, den Song, auch gerade natürlich, wieder wegen des Textes. Jeder zahlt für seine Schwäche mit dem Checkbuch oder Blut. Jeder tanzt auf Messerschneide, barfuß oder gut beschut. Jeder hat so seine Fahne, schwarz und weiß und grün und rot. Jeder hängt an seinem Leben. Jeder hat so Angst vorm Tod. Finde ich großartig. Und die ganze Zeit heißt es halt immer, wie jeder so ist und wie jeder dann auch wieder anders ist. Und ah, das ist meins. Das ist so das, was wir gerade brauchen. Dass jemand sagt, Leute, nehmt euch mal alle nicht so ernst und guckt mal, dass die neben euch, egal wie die aussehen, trotzdem irgendwie die gleichen Ängste und Bedürfnisse haben. Ja, der Song ist wirklich gut. Er ist nur auf einem tollen, super tollen Album für mich der schwächste. Aber jeder ist, wie jeder ist, Julian. Ja. Und ganz ehrlich, der schwächste Song kommt erst noch. Ja, da hast du recht. Nee, 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 nee. Da denken wir jetzt an unterschiedliche Dinge. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist da tatsächlich nicht viel mehr drüber zu sagen. Ich glaube, das ist ein Geschmacksding, ob man da jetzt auf diese 80er Jahre von mir aus Rock, von mir aus Pop, Ästhetik steht. Ja. Ich fand's toll, Julian fand's okay und dabei können wir es eigentlich auch schon lassen. Und dann kommen wir zum ursprünglich letzten Song des Albums. Und das find ich immer so ein bisschen, sowas find ich immer so ein bisschen so faul. So kommt's mir zumindest vor. Ich versteh nicht, warum man sowas macht. Es ist immerhin nicht wie bei den meisten anderen Künstlern. Ich bin einfach nur eins zu eins der Original-Track genommen und einfach nur noch mal so als Karaoke-Version draufgepackt, sondern es ist noch so ein bisschen leicht verändert, weil so ein paar extra Drum-Elemente dazu, also Schlagzeug-Elemente dazu gekommen sind. Aber, ja, die, der Reprise genannte Song ist halt einfach nur die Background-Musik von Bataillon Damour, sogar noch mit dem Geflüster von Tamara Danz im Hintergrund teilweise, wo ich so denke, so, okay, ja, ein Instrumental halt. Mit keiner wirklich neuen Musik, ja. Ja. Ich hab dann eine, vielleicht nicht besonders haltbare Theorie zu, aber ich hab eine Theorie dazu. Und zwar, wenn man sich das Medium Musikaufnahme, sei es Platte, Kassette, CD, was auch immer, mal so beguckt. Im Grunde ist das mit durch die vielen verschiedenen Songs, vielleicht wie ein Film mit verschiedenen Szenen. Und diese Reprise ist so eine Art stimmungsmäßiger und musikalischer Cliffhanger, den man sich selber wieder auflösen kann, indem man die Platte nochmal anmacht. Ja, und so eine Art Rückbesinnung und alles. Ich verstehe es auch einigermaßen, aber, ja. Also mir gibt es sowas selten was. Ich hör aber auch tatsächlich selten Musik ohne Gesang. Das ist dann, wenn, sind das meistens Soundtracks, die dann aber durch ihre Bilder, die sie dann wieder in mir noch wieder hervorholen, weil ich halt zum Beispiel einen Film oder ein Videospiel dazu gespielt habe oder gesehen habe, halt nochmal dadurch eine Emotion auslösen. Ich hör ganz, ganz, ganz selten nochmal Klassik. Habe ich zwar als Kind, wurde ich damit aufgezogen, aber irgendwie hat es mich nie wirklich erreicht. Wie gemein. Entschuldigung. Was denn? Als Kind mit Klassik aufgezogen zu werden. Im Sinne von, naja, es lief halt immer mal wieder. Meine Mutter hat auch mit mir andere Sachen gehört. Als ich dann alt genug war, um selber sagen zu können, was ich hören möchte, hat sie mit mir halt dann auch auf langen Autofahrten andere Sachen gehört, die ich angeschleppt habe. Und ich habe... Lieber Hörer, merkt ihr es? Er geht einfach nicht drauf ein. Aufziehen im Sinne von Hänseln? Achso. Habe ich nicht verstanden. Okay. Passiert mal. Ja, jedenfalls, genau. Aber magst du vielleicht mal, du hast das jetzt als so eine Art Cliffhanger bezeichnet. Okay, von mir aus. Aber ich habe das Gefühl, oder anders, du gibst mir das Gefühl, dass du das nicht so tragisch siehst wie ich. Also, dass du tatsächlich Instrumentals ein bisschen mehr abgewinnen kannst als ich. Vielleicht kannst du mir das ein bisschen schmackhaft gucken. Weiß ich nicht. Ich kann grundsätzlich nicht jedem Instrument, aber es ist natürlich eine Qualitätsfrage. Ach, ich finde, das macht in diesem Fall einfach den Kreis zu. Es ist, wenn man die Platte da eben dann wirklich, also wenn man da aufhört zu hören, dann ist der Kreis eben geschlossen. Und es gibt auch, ich glaube, es endet mit einem Fadeout oder zumindest mit einem sehr sanften Schluss. Und dann ist eben auch... Es hört tatsächlich nicht auf wie der ganze Song, Bataillon Namur, also der komplette Song meine ich, der ja, wenn ich mich recht entsinne, mit so einer Art Schlagzeug, militärischem, na hier so einer Trommel, ne? Ja? Ja? In einem Drumroll irgendwie, ja. Ja? Ja? So, erinnere ich mich da richtig? Ich glaube, ja. Genau, der, der fädelt einfach aus. Ja, die Reprise, glaube ich, die fädelt einfach aus, ne? Genau, genau. Ja, genau. Und dass du das findest, ist halt auch, ne, dann geht die Platte halt zu Ende, ne? Und dann hat man aber nochmal so den, den Geschmack auf der Zunge von dem, wie sie angefangen hat und, oder so auf dem Ohr in dem Sinne, sofern das Ohr was schmeckt. Und... Nicht wahr? Also ich, mir macht es überhaupt keinen Schmerz, dass das drauf ist. Es gibt andere Instrumentes, die ich vielleicht weniger gut finden würde. Aber dieses, natürlich würde die Platte auch ohne dies überleben, selbstverständlich. Aber ich finde, das kann man machen. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich hab's, ich hab's auch nie weggeschaltet. Ich fand's immer dann, also ich denke immer erst so, ach, jetzt kommt das und dann, dann höre ich's aber trotzdem und dann finde ich's auch schön. Ja. Und tatsächlich, eben wie ich das gerade selber sagte, wie bei so einem guten Soundtrack, den man hört, entstehen Emotionen und Bilder. Was eigentlich auch ganz schön ist tatsächlich. Also tatsächlich, bei Ende, ich gerade meine Meinung in diesem Moment überrede ich mich selber und du hast dazu beigetragen, dass ich doch finde, dass es eine wunderschöne Emotionalität hat und mich nachdenklich zurücklässt. Vor allen Dingen, weil ich mir die Text selber, weil ich mir den Text selber nochmal denken muss. Ja. Was ich allerdings sagen muss, dass mich das zum Beispiel bei einem Peter Fox eher wundert, wenn der halt auf seiner Platte nochmal irgendwie zwei oder drei Titel von Sample-Stücken. Macht er das? Ja, ja. Auf dem, auf seinem Album, was er da gemacht hat, waren dann halt noch so ein, zumindest auf der Version, die ich hatte, waren halt noch so, ich weiß nicht mehr, zwei oder drei, wie gesagt, ja, Instrumentals drauf, wo ich dann dachte, okay, ja, es klingt ganz cool, aber warum? Okay. Aber auch, vielleicht habe ich das auch damals einfach, auch in dem Fall einfach nicht verstanden oder vielleicht will er auch einfach, dass Leute halt damit mitrappen können, wenn sie dann Bock drauf haben. Die KKU-Version sozusagen. Ja, sozusagen. Vielleicht. Aber vielleicht will man auch einfach einen schönen Track haben irgendwie, wo man mal nicht so auf den Text achten muss bei Rap, gerade bei Hip-Hop. Ja. Muss man halt auch sehr darauf achten. Ja. Ja. Und damit endet die Platte, wie sie ursprünglich einmal aufgenommen wurde und es gibt ... Wie sie ursprünglich, genau, wie sie ursprünglich von Amiga veröffentlicht worden ist und auch die West-Version. Worüber wir übrigens völlig vergessen haben zu reden, ist das Cover. Stimmt. Das Cover. Na, dann kommt es diesmal ein bisschen später in die Notizen. Das kommt diesmal ein bisschen später in die Show, ganz genau. Die hatten vorher nicht so geile Cover, habe ich mir sagen lassen von Christian. Und dieses Cover ist eigentlich ... Also, es ist mal was komplett anderes zu denen, die wir vorher hatten. Ach, darauf sind wir auch noch nicht eingegangen. Jensi, darauf gehen wir ja auch gleich noch ein. Auf deine Roboter-Geschichten, die du bemängelt hast. So, jetzt weiß er Bescheid. Sondern in diesem Fall war es halt in der DDR-Fassung ein Foto von Tamara, Großaufnahme, Porträt. Also, ihr Kopf mit den ganzen Haaren drumherum, den riesigen, den 80er-Jahre-Haaren, auftupiert und blondiert und was weiß ich nicht alles. Sieht schon geil aus, muss ich sagen. Ist auch ein ausdrückstarkes Foto. Und dann geht von oben nach unten bis zur Nasenspitze ein roter Streifen runter. Ja. Ja. So sieht das aus. Foto ist schwarz-weiß übrigens. Ja. Eindrucksvoll. Irgendwie schon. Aber auch, ich habe mir das angehört, was soll der Streifen da? Ja, habe ich nicht verstanden. Aber erstens, ich habe es nur auf einer CD gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass das auf einem großen Vinyl-Cover, also du weißt schon, was ich meine. Ja, auf einem Platten-Cover kann ich mir das nochmal eindrücklicher vorstellen. Und auf dem Poster erst. Und außerdem kann ich mir vorstellen, dass ein Grafiker, ja richtig, dass ein Grafiker gesagt hat, das ist ein sehr geiles Bild und schwarz-weiß. Aber ich glaube, das geht unter all den anderen schwarz-weißen Covern unter. Ja, lass mal hier noch ein bisschen Farbe mit reinbringen. Könnte ich mir gut vorstellen. Und wir haben dann halt da diesen roten Streifen gewählt. Aha, aha. Vielleicht auch so, sollst du noch so ein bisschen den Dualismus darstellen, aber der so in jedem steckt. Ja, seltsam. Da habe ich gar nicht so richtig eine Meinung zu dem Cover tatsächlich. Sieht jedenfalls nicht scheiße aus. Nee, nee, es ist auf jeden Fall ein Blickfang, weil es ist ja auch eine interessante Person. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie wunderschön war, so empirisch gesehen, aber sie hat eine wahnsinnige Anziehungskraft. Ausstrahlung, ja. Habe ich empirisch gerade gehört? Ja, sie hat eine irre Ausstrahlung. Und sie sieht dadurch halt toll aus, ne? Dadurch, wenn man Videos von ihr sieht, wie sie sich bewegt und wie sie halt singt mit voller Imbrunst. Aber wie sie auch mit wenig Bewegung, also zum Teil, ne? Richtig. Die Bühne im Griff hat und das Publikum. Richtig, richtig, richtig. Da, dann kann ihr keiner was, ne? Also da steht sie da und da steht sie. Und da kommt niemand ran. Da strahlt sie alleine. Also das ist, das sieht, die sah einfach mega aus. Und er hat ihr Innerstes nach außen gekehrt und das merkt man einfach. Ja. Doch, das sieht man auch eben in dem Film, den du ja früher schon angesprochen hast. Flüstern und schreien, ja. Genau. Das, da kriegt man das schön mit. Das ist wirklich eine ausdrucksstarke, intensive Person. Genau. So, und jetzt kommen wir noch zu den Covern. Achso, nee, nee. Und jetzt das West-Cover. Da haben sie halt irgendeine junge Frau, ein älteres Mädchen genommen, die recht hübsch aussieht. Und die auch in Schwarz-Weiß einfach vor so einem, äh, relativ groß vor so einem, ja, das sieht aus wie einer Art Säule. Soll vielleicht ein bisschen urban, urbanes Gefühl geben steht. Ähm, ist auch ein schönes und ein sehr ästhetisches Cover, aber, äh, er spricht halt auf, äh, auf Watt der Jungdamur wahrscheinlich einfach an. Mhm, auf den dritte Song, ja. Aber warum man das jetzt dagegen austauschen musste, das geht mir tatsächlich nicht so richtig auf, weil, ich glaube, äh, das Gesicht von Tamara Dance hätte auch im Westen genauso gezogen. Ist wahrscheinlich, ja. Genau, und an dieser Stelle ändert dann tatsächlich das alte Album, das haben wir ja gerade schon gesagt. Bevor wir jetzt zur, äh, Neuaufnahme, die wir jetzt alle gehört haben, kommen, äh, noch ganz kurz zu den anderen Covern. Äh, ja, Jensi, du hast recht. Ach ja. Ähm, Eddie ist kein Roboter per se, aber Eddie hat Cyber-Elemente. Auf dem Cover von Somewhere in Time, ne? Genau, auf dem Cover von Somewhere in Time, richtig. Er hat da Cyber-Elemente und er ist wenigstens halt eine Art Cyborg, was ja ein Hybrid aus biologischen und elektronischen Elementen ist. Und das war auch der Grund, warum wir dann dieses lose an den Haaren herbeigezogene, hey, das sind ja alles Roboter auf dem Cover, äh, machen. Es war uns natürlich schon klar, dass das alles nicht zwangsläufig Roboter sind, ne? Ähm, und der Typ, der, oder dieses Monster, was über den Zaun springt und den anderen, und den Roboter, der die Frau misshandelt hat bei Appetite for Destruction, der wird tatsächlich nicht von uns, also von uns wird er natürlich auch so bezeichnet, aber diese Bezeichnung Robot Avenger ist nicht von uns, sondern der wird auch allgemein so bezeichnet, ne? Also ja, das ist wahrscheinlich kein Roboter, aber er wird trotzdem als Robot Avenger bezeichnet. Genau, und der Roboter, äh, auf dem Album von Queen, äh, wie heißt das Album noch, äh, News of the World, der ist ein Roboter. Ja, der ist nur ein dördlichen Roboter, also wohl, wer weiß, vielleicht ist das auch eine außerirdische Lebensform, die, äh, zufällig halt so aussieht. Wolfram, ich brauche Wolfram. Ähm. Bier, Bier. Ja, ähm, Simpsons, Simpsons habe ich auch viel zu viel geguckt und behalten. Ähm. Ja, und nicht Futurama, siehst du? Das auch, das auch. Äh, ähm, ja, aber außerdem den Roboter bei Queen, den hat ja Jensi gar nicht beanstandet, das heißt, darüber habe ich jetzt nur einen doofen Witz gemacht. Da, ja, verstehe, der war sehr gut, Mann. Der war sehr doof. Okay, steigen wir, äh, mal aber jetzt in das Album ein, was wir alle gehört haben, nämlich die neue Auflage von 2000 und ich, äh, schieß mich tot. Ja. Äh, 2005 oder so war das, glaube ich. Ja. Ähm, wohl sind noch mal, äh, wo, Sony? Ich glaube, ja. Äh, äh, also irgendein Label, was uns jetzt nicht mehr so ganz bewusst ist, ein Album rausgebracht hat, äh, also ein Remaster dieses Albums rausgebracht hat und sich gedacht hat, hey, äh, auf dem Album ist quasi zweimal schon Bataillon d'Amour, also, äh, in zwei verschiedenen Versionen drauf zumindest. Machen wir doch, ich finde, das ist eine super Idee, wir nehmen einfach noch diesen einen Song, der da von, äh, Herrn Witt gecovert worden ist, nämlich Bataillon d'Amour und packen den mit drauf. Ja, inflationär. Super Idee. Klasse Idee, ja. Zünd, könnte man sagen. Ja, äh, ja, es, äh, ich, bei mir hat sich da was entzündet, ja. Das Ohr. Nein, so schlimm ist es nicht, aber. Du, du bist kein großer Fan von Herrn Joachim Witt, richtig? Ich bin kein großer Fan von dieser Cover-Version. Ich finde das, also ich kenne von Witt, glaube ich jedenfalls zu kennen von Witt einige Sachen, die mir ganz gut gefallen haben, äh, aus meiner alten Grufti-Zeit, so, äh, um die Jahrtausendwende herum. Mhm. Aber diese Nummer nun speziell, also soweit ich weiß, ist die auch 2000 rausgekommen. Kann gut sein, ja. Äh, also im Jahr 2000, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist die 2000 rausgekommen. Warum die nun auf diese Platte musste, ist mir irgendwie schleierhaft, ja, also ich kann die nächste Nummer gar nicht verstehen, aber diese hier, äh, völlig, der hat doch nichts mit denen zu tun gehabt, auch soweit ich weiß, der Witt. Oder haben die irgendwann mal irgendwas zusammen gemacht? Pfff. Ich hab da nichts entdecken können. Ja, ich glaube, die haben auch mal irgendwann irgendwas zusammen gemacht, äh, ich hab zumindest die Namen mal im Zusammenhang gehört, aber, ähm, dafür würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Was ich dem Track lassen möchte, ist, äh, ein schöner Ansatz mit dem Intro des Songs umzugehen, da gibt's eine Streicherfassung davon, die klingt wirklich sehr hübsch. Und, äh, ich möchte dazu sagen, eine Geige ist auch, äh, fretless. Ja, 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 genau. So. Ach, deswegen die Geigen, jetzt verstehe ich die Streicher. Das hat er, es ist eine klasse Aufnahme, also ist nichts zu beanstanden an Spieltechnik, an, äh, Arrangement und so weiter. Du möchtest also sagen, es ist handwerklich gut gemacht? Genau, handwerklich völlig in Ordnung. Hast du das Video mal angeguckt? Ja, hab ich gesehen. Es ist, ähm, das ist, äh, leider, leider so nichts sagen, wie vieles. Ich glaube, sie versuchen, Kunst zu machen. Ja, es ist leider so nichts sagen, wie vieles, ich hab mich extra da ein ganzes Stück drüber schlau gelesen, aus dieser Wave und Industrial, später Industrial, aber eben auch irgendwie die letzten sterblichen Überreste von Industrial, die in diesem Video da sozusagen verballert sind. So ein bisschen militärisch, so ein bisschen irgendwie, äh, düster romantisch, aber so, ich, also ich hab da jetzt nicht den großen, äh, springenden Punkt entdecken können in dem Video. Genauso wenig eben, wie, äh, ich erkennen kann, warum Herr Witt das so gecovert hat, wie er es gecovert hat, außer, gemeingesagt, weil er es konnte. Er hat genau das gemacht, was ich mit 16 aus dem Song auch gemacht hätte. Entschuldigung, das klingt jetzt auch gemein und klingt auch ein bisschen hochnäsig von mir. Aber klar, ich hätte damals auch aus allem irgendwie so ein Metal-Dings gemacht. Und das ist auch wirklich gut gelungen und so weiter, ne? Die Gitarren erinnern überwiegend sehr an, an so ein Rammstein-artiges, äh, Ding. Die sind sehr sauber, also natürlich verzerrt, aber sehr sauber, äh, rhythmisch eingespielt. Und treiben auch, äh. Aber ich würd's heute nicht mehr so machen, einfach. Ja, ja, die Rhythmen ist halt auch immer so dumm-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. also an die Ausdrucksstärke von Tamara Dance kommt da leider nicht ran und hat auch keine Ja, so ausdrucksstark, wie man halt wie man halt sein kann, wenn man die ganze Zeit so spricht Ja Da kann man halt nicht so viel Emotionalität rüberbringen Außerdem hat er Mädel mit Mädchen ersetzt Ja, das war ihm wohl nichts Das war ihm vielleicht zu vertraut Wer weiß Ich hab's ja vorhin schon gesagt, das ist für mich wirklich der schwächste Track auf dem ganzen Album so wie es jetzt rauskam Ich dachte, die neun ist der schwächste Track Nein, der allerschwächste wirklich ist dieser Die neun ist nur von dem ursprünglichen Album Wo ja, Herr Witt noch nicht Aber Da ist es für mich die zehn nach wie vor Einfach weil er dem Album Er macht's vielleicht rund, aber er fügt halt keine neue Informationen hinzu Ja, ja Während jeder für mich halt Gerade jetzt wieder in dieser Zeit Eine große Aktualität hat Ja, das stimmt Mit jeder meine ich Track neun Aber tatsächlich aber auch fast jeder andere Davon Aber wenn du dann jetzt fertig bist mit Wittbashing Ja, ich Wir sagen ja eigentlich nur nette Sachen über das Album Deswegen sage ich jetzt noch was Nettes Wirklich einwandfrei gemacht Nicht sehr inspiriert, aber einwandfrei gemacht Wow, das hast du vorher schon gesagt Du hast wie Das war jetzt Diese Aussage war quasi Deine Reprise Gerade dein Track 10 Zu diesem Zu deinem Review Zu Track 11 Ja Es war quasi Das gleiche wie am Anfang gesagt Nur Und das Album hat das Album halt rund gemacht Aber ohne weitere Informationen Ja Ich im Gegensatz zu dir Ich hab mich auch Am Anfang hab ich auch erstmal so Hä, was soll das jetzt? Muss aber sagen, dass der Song so ein bisschen an mir gewachsen ist Es hat mehrere Gründe An mir gewachsen Das klingt wie so ein Tumor Aber ja, war es ja auch ein bisschen Also auch ich finde, es ist ein sehr cooles Geigenintro Und dann geht es los Und er erzählt da so in seiner etwas seltsamen Art Und das finde ich tatsächlich auch relativ schwach an dem Song Der Slow Rap Ja Aber erstmal im Hintergrund ein Theramin Ein Theramin Wie geil ist das denn? Warum ist mir das nicht aufgefallen? Dann hör mal nochmal rein Das pfeift halt die ganze Zeit im Hintergrund rum Wer nicht weiß, was ein Theramin ist Das ist dieses Ding, was Wo man immer an Science Fiction denkt Wenn das zu hören ist Was quasi in der Luft Mit den Händen in der Luft gespielt wird Weil das irgendwie Das hat so ein Magnetfeld um sich rum Und das stört man dadurch Dass man halt seine Finger, seine Hände da in das Feld reinhält Und dadurch werden Töne erzeugt Ganz, ganz grob zusammengefasst Ich bin kein Elektriker Ganz gut Wie Julian schon immer so schon sagte Und dann finde ich dieses Pfeifen im Refrain einfach super lustig Bataillon d'amour Was ja auch ein bisschen an Rammstein erinnert, den Engel, ne? Richtig Und ich habe, außerdem habe ich den großen Vorteil Ich finde halt Rammstein nicht so scheiße wie du Ja, das wollte ich eigentlich auch nicht unbedingt gesagt haben Und deswegen mag ich halt auch diese Einfachen, harten Riffs Die einfach durchgehen Und einfach irgendwie machen Die mir gute Laune Ich weiß nicht warum Echt? Was ich daran so schwierig finde Was ich daran so schwierig finde, ist, dass mir das irgendwie Das mag jetzt viele weit hergeholt klingen Aber für mich klingt das Faschistoid Das ist so ein Gleichschrittding Ist es nicht Ist es nicht Es gibt ja durchaus Gründe, warum Bands Die Industrial machen Halt gerade wie Rammstein Oder Ja, haben wir das letzte Mal auch schon Hat der Greaser kurz angesprochen Neue deutsche Härte Wozu ja auch Witz so ein bisschen gehört Ja Habe ich gelesen Ich hoffe, das stimmt Ich weiß es nicht Jensi, sieh es mir nach Doch, kann man mit reinrechnen Äh, die werden ja gerne in die rechte Ecke gesteckt Äh, egal ob das jetzt war es oder nicht Aber das liegt, glaube ich, auch ganz viel daran Also erstmal daran, dass viele Rechte Oder Leute mit rechter Gesinnung So eine Musik hören, ne? Mhm Und das ist Es hat halt was stark Militärisches, ne? Es ist sehr maskulin Und es ist sehr Marzialisch Ja, militärisch halt, genau Marzialisch, richtig Ja, genau Also es ist einfach was, was gut dazu passt Um sich aufzupuschen und Hass zu schüren Und solche Botschaften damit zu verbreiten Durchaus Eben Nein, ich gehe jetzt nicht weiter Auf Rammstein ein Nee Richtig Ist ein Thema für ein anderes Mal Es kann ja auch durch das Mal passieren Dass uns jemand ein Album anschleppt Mit Rammstein, drauf Das wird lustig Das wird sehr, sehr lustig Genau Aber du hast dein Bestes gegeben Du hast es nicht ganz geschafft Das Positive drin zu sehen Zumindest hast du es aufs Handwerkliche beziehen können Und das ist doch auch schon was Du hast jedenfalls irgendwas draus ziehen können Das ist doch immer Immer gut Ja Und ich lobe nochmal das Geigending Aber wie gesagt Ich wäre wirklich Ich wäre wirklich auch gerne In diesem Meeting dabei gewesen Dass die Die Produzenten des Remasters Von 2005 Gehabt haben Und wo sie dann darüber gesprochen haben Ob das denn eine gute Idee sei Bataillon d'Amour Noch in der Wit-Version mit drauf zu packen Und alle so Ja Es muss unglaublich gewesen sein Ja Genau Und das letzte Stück Das lässt sich tatsächlich über Streaming-Dienste Nicht ohne weiteres anhören Zumindest Es wird angezeigt in dem Album Man kann es dann aber nicht abspielen Wenn man es aber einzeln sucht Dann kann man es trotzdem finden Weil es dann halt Auf einer anderen Platte mit drauf ist Und zwar Schlohweißer Tag Der Titel 3 ist es glaube ich Von der Originalplatte Ja Nochmal als eine Cover-Version Beziehungsweise nicht wirklich eine Cover-Version Weil es ist eine Live-Version von Silly Mit dem Sänger EC Falkenberg Und deswegen Lieber Jürgen Hast du da auch tatsächlich Dann Uwe Hasbecker an der Gitarre gehört Und im Gitarren-Solo Richtig Richtig Was er auch wirklich toll macht Und dieses Lied Entschädigt mich voll und ganz Auch auf überraschende Art und Weise Für den Track davor Denn Wer mich ein bisschen kennt Der weiß Dass ich meistens Live-Aufnahmen Nicht viel abgewinnen kann Dieser Live-Aufnahme jedenfalls Aber hingegen meine ich Kann ich viel abgewinnen Der Da ist Da stimmt einfach alles Also Der ist von vorne bis hinten Von guten Musikern Gemacht und produziert Und gesungen Und die Produktion ist so Dass der Live-Sound Und das Gegröle vom Publikum Eben nicht die Power aus der Musik zieht Sondern tatsächlich Nur so ein bisschen mitträgt Aber Jeder Ton ist sauber Ist wunderbar Ist es toll Der Falkenberg ist auch Ein echt guter Sänger Kann man nicht anders sagen Zu Anfang Zu Anfang hatte ich immer ein bisschen Das Gefühl Der übertreibt es ein bisschen Mit seiner Attitüde Und mit seinem Speziellen Timbre Oder seiner Stimmfarbe Oder wie auch immer man das nennen will Aber ne Man gewöhnt sich schnell dran Und das ist gut Er macht es gut Und er macht es eben Auf seine eigene Art Und das ist ein richtig Gutes Stimm-Cover Ja So wie er es kann Hat er das rausgeholt Er hat halt auch nicht versucht Wie Tamara zu singen Sondern er hat so sein eigenes Ding Draus gemacht Und das ist halt auch einfach wichtig Genau Das macht ja für mich Auch ein gutes Cover aus Dass man eben sein eigenes Ding Draus macht Ja Und für seine Stimme Hat er sein eigenes Ding Draus gemacht Da kann man nochmal sagen Das muss man dem Witt Auch zugute halten Er hat nicht versucht Das Ding einfach nur Nachzusingen Sondern er hat wirklich Ein eigenes Stück Draus gemacht Muss man nicht schön finden Aber er hat es gemacht So Muss nichts dazu sagen Alles gut Bisschen Trivia noch Zu IC Falkenberg Wie er damals sich noch genannt hat Also Ralf Schmidt Wie er eigentlich heißt Warum Warum Das erzähle ich dir jetzt Der Ja schon immer Musikliebhaber Hat seine erste Band mit 14 gegründet Und dort auch gesungen War dann später bei Stern Meißen Für ein, zwei Jahre Hat mit denen Ein oder zwei Alben auch gemacht Und Dieses IC Heißt Integrated Circuit Also integrierter Schaltkreis Weil er sich halt für elektronische Musik Und elektronische Musikerzeugung Interessiert hat Zu einem gewissen Zeitpunkt Und das ist einfach als Als Spitzname stecken geblieben Kleben geblieben Und das Falkenberg Falk ist der Geburtsname Seiner Mutter Eieiei Inzwischen nennt er sich Auch nur noch Falkenberg Ja Nur dass Habe ich auch schon mal Irgendwo gehört Den Namen Ich vermute mal Dass es da Verwirrung Mit dem gleichnamigen Intercity Gab Ach da Wie Was Wo ist denn Zu IC Falkenberg Festbahn Nee Ach so Okay Jetzt verstehe ich Ja Also den Namen Falkenberg Habe ich auch auf jeden Fall Schon mal außerhalb Von dieser Besprechung Gehört Allerdings verbinde ich Keine Musik damit Bisher noch Verbande ich bisher Keine damit Und Das mit dem Integrierten Schaltkreis Ist ja hochspannend Und die Namensgebung Mit dem Geburtsnamen Von der Mutter Und seinem Erfundenen Vornamen Das ist ja fast Der Steven Adler Des Ostrock Oder So ein bisschen Stimmt ja Aber IC Schmidt Hätte auch einfach Scheiße gekluckt Ja Stimmt Ja Nee also Wirklich eine schöne Version Die macht mir Großen Spaß Da dazu zu hören Genau Also die werden wir Auch nochmal verlinken Jetzt Für alle die sie Nicht gefunden haben Beim Beim erstmaligen Durchhören des Albums Und sich jetzt wundern Wovon wir reden Machen wir nochmal Hauen wir einen extra Link Von Spotify Und so Rein Dieser Schick Wie sie alle heißen Schick Nur weil wir euch so gerne mögen Tun wir euch diesen Gefallen So Richtig Genau Ich fand es ein wirklich starkes Album Ja Eine Sache möchte ich noch kurz ansprechen Und zwar Wir haben ja schon mehrmals darüber geredet Dass man in der DDR Der Zensur Gerne anheim gefallen ist Und dass man Durch Poesie und ähnliches Versuchen musste Seine Inhalte zu verschleiern Beziehungsweise halt auch Andere Techniken anwenden musste Um etwas Nicht so ganz so harmlose Inhalte An der Zensur Vorbeizuschmuggeln Was meinst du Wovon ich rede? Ich glaube du Suchst einen Begriff Aus dem Tierreich Das ist richtig Welchen? Grüne Elefanten Richtig Sehr gut Die Pause mache ich raus Und dann denken alle Du bist spontan Und kannst das richtig gut Ich dachte Ich war mir nicht so sicher Ob du es vielleicht nicht Doch vielleicht selber Raustrompeten möchtest Nee nee Na gut Dann frage ich dich nicht Okay So was sind denn Grüne Elefanten Jürgen? Grüne Elefanten sind Also ich glaube Soweit ich mich erinnere Ist das erstmal ein Begriff Den Tamara geprägt hat Oder? Oder hast du das anders? Zumindest hat sie ihn Selbst verwandt Sie hat ihn selbst verwendet Und es geht darum Dass man mit besonders Auffälligen Kontroversen Und Also Kontrastaatlichen Themen Und Begrifflichkeiten Den Text versehen hat Damit diese Die Aufmerksamkeit Der Zensur abgelenkt haben Von den leichter Von den unterschwelligeren Botschaften So dass man quasi Sich dann darauf geeinigt hat Okay Also das und das Das nehmen wir raus Aber das brauchen wir schon Da drin Damit der Text noch Sinn ergibt Genau Und damit das also Grüne Elefanten Hat was auffälliges Großes Auffällig Weil andersfarbig Als gewohnt Und Also Auch wegen der Größe Schon allein Und eben groß Weil Elefant So Sehr schön Fand ich noch Eine interessante Geschichte Also auch Wie man auf Grüne Elefanten kommt Stimmt Also Ich hatte sehr sehr viel Spaß Mit dem Album War auch froh Am Anfang Hab ich ein bisschen Angst gehabt Dass du Ob des Sounds Abgeschreckt Sein könntest Und hab dich ja auch Erstmal dann so Vorsichtig Na bereust es schon hart Dass ich Dass ich dieses Album Vorgeschlagen habe Aber du meintest Als du es gefragt hattest Hatte ich es ja schon Ein paar Mal gehört Und da war ich schon Voll drin Und ich hab Wie gesagt Wirklich Ich hab es erstens gerne Und zweitens jeden Tag Und teilweise mehrmals gehört Und es hat richtig Spaß gemacht Das waren tolle Wochen Ja ging mir auch so Das ist ein echt Super starkes Album Und ich bin froh Dass ich es gekauft habe Schön Das freut mich Aber war wahrscheinlich Auch nicht mehr so teuer heutzutage Es war günstig Ja Aber es war Also Hab es trotzdem gern getan Super So wie ich es vermutlich Auch gerne mit dem Nächsten tun werde Dass wir demnächst besprechen werden Mit der Ja da kommen wir noch nicht hin Ach da kommen wir noch nicht hin Das ist der nächste Punkt Jetzt sagen wir erst mal Vielen Dank Liebe Tamara Vielen Dank Liebe Sillys Dass ihr uns dieses Album Geschenkt habt Und wir möchten euch Diese wunderschöne Wertung Gut auf den Weg geben Jürgen Die Wertung Ich darf zuerst werten Ja du darfst heute zuerst werten Ich würde sagen sieben von sieben Geniale Flageoletteinfälle Oh Toll Dann würde ich sagen Um das ganze rund zu machen Gebe ich heute Viel 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 Spaß an ihnen Also an der Musik von ihnen Um die 2000 Wände herum In diesen Gruftige Geschichten Aber die Nummer ist es halt Für nicht für mich Nicht für mich Für andere vielleicht Richtig Ich hab sie ja sehr genossen Das Video Hab ich mir gedacht Das war seltsam Aber das Stück an sich Ich hab da Spaß dran Gut Klasse Dann genau Julian Nächste Woche Also in zwei Wochen Um genau zu sein Hast du uns ein Album rausgesucht Das wir besprechen möchten Und das ist Quatsch Richtig Weil nämlich ich gar nichts gemacht habe Nächste Woche hat uns Marlin ein Stück rausgesucht Was sie gerne besprechen möchte So sitzt sie hinter dir Und hat den Rücken gepikst Ne sie ist im anderen Zimmer Genau Nächste Woche hören wir Ein Album genau Das uns Marlin mitbringt Und das sie auch mit uns bespricht Was bestimmt super lustig Und schön wird Und zwar Findest du gerade Zeit Weil dir der Titel nicht einfällt Doch Dir fällt mir ein Ich wusste noch nicht Wie ich den Satz angehen sollte Ähm Okay Von der Band Die die ärzt Wie viele dies kann man vor den Ärzten Also von den Ärzten Ich mach's jetzt mal Nein Tu's nicht Von denen die Ärzte So Von der Band die Ärzte Sag's doch einfach Ach von der Band die Ärzte Ja Das Album Jazz ist anders Ja Wir sind schon sehr gespannt Das war alles weit nach unserer aktiven Ärztezeit Würde ich jetzt mal behaupten Sehr weit ja Ich glaub du hast noch ein bisschen Du hast noch ein bisschen mehr Kontakt damit gehabt Dadurch dass du so ein, zwei von den Stücken Die drauf sind Schon mal für irgendwelche Schüler von dir Transkribieren musstest Eigentlich nur eins Wenn ich mich recht entsinne Nur junge ne Ja Das wird eine lange Folge Vielleicht müssen wir tatsächlich mal darauf ausweichen Und eine Doppelfolge machen Ist auch nicht so schlimm Was euch nur zugute kommt Weil dann würden wir Ich glaub ich Ich glaub ich würde trotzdem beim zweiwöchigen Turnus Dann bleiben Und aber die Die zweite Folge dann quasi Ich weiß gar nicht Ob das passieren wird Vielleicht passiert es gar nicht Vielleicht sind wir in einer Stunde fertig Das wir dann einfach mal eine Woche lang Also drei Wochen hintereinander Wenn du das Sachen rausgehst Verstehst du was ich meine? Eine Woche kommt eine Folge Dann kommt die Doppel Also die zweite Folge Die Doppelfolge Und dann kommt uns das schon wieder Zwei Wochen später Also verstehst du? Nein Ich verstehe mich selber nicht Jetzt verstehe ich das Könnte ich mir vorstellen Könnte passieren Ei, 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 ei Ja Also ich freue mich jedenfalls schon auf das nächste Mal Wenn Marlin dann dabei ist Und mit uns die Ärzte bespricht Und ich freue mich auch Das wird auf jeden Fall lustig Weil wir drei echt gut funktionieren Richtig Und ich freue mich auch sehr darüber Dass es heute so nett und lustig und gemütlich Und spannend und aufschlussreich Und musikalisch hervorragend war Ich muss auch wirklich sagen Ich bin sehr, sehr froh Dass ich Christian noch erreicht habe Der ist ja ein vielbeschäftigter Mann Der hatte gestern erst Redaktionsschluss Bei der Schall Übrigens eine Zeitung Die ich sehr empfehlen möchte Da sind viele, viele interessante Artikel Einmal im Vierteljahr drin Über die aktuelle Musikszene Auch nicht so ganz immer nur Mainstream Sondern auch ein bisschen Über den Tellerrand hinweg geblickt Also wenn ihr euch für Musik Und für Bands interessiert Schaut da gerne mal rein Das ist eine echt geile, geile Sache Ich habe da immer Spaß dran Ich habe leider nur nie Zeit So viel zu lesen Ja Schön Sehr schön So Unbezahlte Werbung Hashtag Ja, wir machen keine bezahlte Eben Es war mir eine Freude Es war mir eine Freude Dich in die Welt des Ostrock Ein bisschen einzuführen Es war mir eine Freude Eingeführt zu werden Du kommst bestimmt noch ein paar Mal vorbei An dieser Welt Dadurch alleine schon Dass ich mich halt In So ein Jahr Ums Jahr 2005 Relativ viel Mit Ostrock beschäftigt habe Und da einfach Da sind so ein paar Perlen dabei Es ist nicht alles geil Aber es ist einfach Viel Schönes dran Bestimmt Da finden wir noch mal was Genau Ich bin sehr gespannt Und wie gesagt Ich war sehr froh Dass ich Christian erreicht habe Weil der hat noch mal Doch einige interessante Infos Und Anekdoten Äh Anekdoten Rausgehauen Anekdoten Ja Spät Die ich Ja spät Und ey Ein Gin Tonic Und ich bin Ne Eigentlich geht es mir gut Ja Genau Also danke Christian Falls du das hier hörst Ich glaube nicht Du hast viel zu tun Und hörst jeden Tag Mir wurde erzählt Er hat mir erzählt Dass er jeden Tag irgendwie Zehn Alben auf den Tisch kriegt Und dann wird es natürlich Dann auch irgendwann Knapp mit Sachen hören Und wenn man dann immer noch So ein Zwei-Stunden-Podcast Oder länger Von die Nase geknallt kriegt Dann Ja Genau Irgendwann Irgendwann sind die Ohren Ja auch ein bisschen erschöpft Im Klaren Aber trotzig Also ich danke auch Ob er es noch hört oder nicht Aber vielen Dank Christian Cool, dass du uns geholfen hast Julian Es war schön Till, es war schön Gut Also dann verabschiede ich mich von euch Es war wie immer ein Fest Es wird auch immer noch mal Es bleibt immer spannend Irgendwas passiert hier immer Wir haben heute wieder irgendwie Eine gute Stunde Doch eine gute Stunde Damit zugebracht Eine einigermaßen Tonqualität Für unsere Auf unsere Ohren zu kriegen Hm Joa Aber Letztendlich hat es geklappt Und es ist eine wirklich schöne Sendung gewesen Ja Ich wünsche euch noch einen schönen Abend Einen schönen Tag Einen schönen guten Morgen Je nachdem wann ihr das hier hört Und Ja Das letzte Wort überlasse ich Meim lieben Jön Und das letzte Wort ist Gute Nacht Liebe Freunde Es ist schön War schön Wird schön sein wieder Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020